Und die Squad-Stream-Einladung annehmen. Von Woche zu Woche wirst du einfach so fescher, Alter. Wir haben sogar einen Podcast-Recorder im Channel. Krass, oder? Ja, der hat sich Gedanken gemacht schon wieder. Das ist Wahnsinn, was unsere Community für den Hardcast macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das finde ich auch. Ich muss mich übrigens hier offiziell, bevor es losgeht, entschuldigen, dass ich A, zu spät bin. Wir hatten gerade ein sehr schönes Thema im Stream und ich bin total versackt da drin. Und B, bin ich auch derjenige, der schuld ist, dass wir das um einen Tag verschoben haben. Weil ich habe nämlich gestern einen unfassbar leckeren Apfelkuchen gekriegt und das war sehr, sehr wichtig. Es gibt Dinge, die sind in der Priorität einfach mehr wert als andere. Alex, ich möchte jetzt nicht sagen, dass du hier nicht hohe Priorität hast für mich in der Woche. Aber das war schon sehr wichtig gestern. Das war schon sehr wichtig. Du hast gesagt, ey, können wir uns den Tag verschieben? Dinge? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ist mir egal. Ist alles cool. Aber ich bin da nicht, ne? Also, ja, wir sprechen da dieselbe Sprache. Alles cool. Das, ja, ja, ja. Ich finde übrigens, dein grauen Schweif, der wird von Woche zu Woche immer schöner und größer. Steht ihr gut? In welchem, wenn ich fragen darf, in welchem Alter bist du denn mittlerweile unterwegs? Also, ich bin nicht mehr 25 und ich spreche nur einmal im Jahr über mein Alter. Echt? Ja, ja, es ist so, jeder Streamer hat sowas. Die einen zeigen ihr Gesicht nicht, der eine hat schon zweimal seine in die Kamera gehalten, so, ne? Und, naja, also ich spreche halt nicht über mein Alter. Es ist halt so ein Ding einfach, ne? Okay, cool. Der Chat weiß das. Der Chat hat da so eine Ahnung und jedes Mal, wenn der Chat quasi aufgefordert wird, mein Alter zu revealen, stehen 20 verschiedene Daten im Chat. Okay. Also, von daher. Ich brauche mal eine offizielle Angabe, bitte. Wie alt ist der Mann? Also, ich meine, so alt kann er nicht sein. Guck dir noch nicht an. Also, Mitte 30. Aber ich kann dir sagen, ich habe schon seit ich 25 bin oder sowas, habe ich schon graue Haare. Mal mehr, mal weniger. Und, äh, mit steigendem Stress und, äh, Wissen, ne, wächst das sozusagen raus. Das ist klar. Das Zeug von Intelligenz. Das hast du jetzt gesagt. Also, wenn man... Deswegen habe ich auch immer so. Dumm wie Brot. Dumm wie Brot einfach. Ich hatte das bisher nur einmal. Ja. Bei einer Charity-Aktion und ich fand, das stand mir nicht so. Also, ich werde es nochmal machen, aber es stand mir nicht so. Ich glaube, das würde ich bei dir auch einfach nicht fühlen, weil dein Schweif ist, einfach so, der, den, also... Kann man, das kann man schon so sagen, ja? Ja. Ah, da ist Katze. Ja. Katze den ganzen Tag schon hier, heute. Super verschmust, nee. Super verschmust, heute. Das ist Mozart, richtig? Nee, das ist BJ. Entschuldigung. Ich kann dich nicht auseinanderhalten. Ist kein Problem. Sag dein Alter und er sagt höher oder tiefer. Ich bin 36. Ja, war ich schon. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das mal warst, ja. Das darf ich mir. Ja, okay. Aber mein Chat hat auch Schwierigkeiten, das festzustellen. Das ist schon ganz okay. Feierst du auch, feierst du Geburtstag im Stream? Nee, ach, ja, na, wenn Geburtstag ist, Geburtstag. Aber ich zelebriere das nicht so richtig, nein. Das ist mir relativ egal. Das ist ein Tag für jeder andere auch. Ich auch nicht. Nur, da müssen alle die Fresse halten, weil ich ja Geburtstag habe. Soll ich dir mal eine richtig traurige Geschichte erzählen? Ja, bitte. Ich habe in 36 Jahren noch nicht einmal Geburtstag gefeiert. Weil ich immer Geburtstag habe, wenn alle nicht da sind. Und ich habe so keinen Bock auf diesen verfickten Dreckstag. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Ja. In welchem Monat feierst du denn deinen Geburtstag? Das ist scheißegal. Das gibt es bei mir nicht zu hören. Weil ich möchte keine Subbomben haben, nur weil ich Geburtstag habe. Das gibt es bei mir auch nicht. Das gab es früher vielleicht mal. Aber das gab es schon die letzten Jahre nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht live gehen, nur von wegen, ja, du schenkt mich, haut mir voll, ne. Also ballert mich zu mit eurer Zuneigung in Form von Geld. Aber ich finde, wenn man, also wenn ich jetzt bei meinem Geburtstag nicht live wäre, da würde schon was fehlen, so. Also fehlen im Sinne von so, ah, schade, dass du an dem Tag nicht live warst. Hätte ich alle gerne mal Glückwunsch gesagt oder so. Ich war die letzten Jahre immer undercover online. Immer. Ha, ha, ha. Ihr ratet nie, was heute ist. Nee. Ich kann das auch einfach nicht mehr fühlen. Ich glaube, wenn irgendeiner eine Party schmeißen würde, ich glaube, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, immer noch nicht so geil finden, bin ich ganz ehrlich. Wobei, weißt du, es ist ja schon schön, dass man so einen Tag im Jahr hat, wo dich dann alle mal so ein bisschen feiern und ole ole und kannst ja spaßig machen. Ich glaube, so ein Kindergeburtstag würde ich nochmal fühlen, bin ich ganz ehrlich. So richtig mit Hüpfburg und Topf schlagen und so den ganzen Shit würde ich fühlen, glaube ich. Thema Hüpfburg, das muss dann aber auch schon, also stabilisieren. Für fette Kinder, ja klar, für fette Kinder. Hüpfburg für fette Kinder, logisch, klar. Ist bei mir nicht anders, ne? Also, ich will nicht sagen, dass, also hier Homeoffice dann schuld ist, aber, also, ich hab schon noch, also, ich hab da noch was abzugeben, ne? Ja, ich auch. Aber ich glaube, das, ich glaube, das werde ich mir irgendwann nochmal erfüllen. Und wenn ich das nur für mich alleine mache. Aber ich glaube, so einen Kindergeburtstag werde ich mir nochmal gönnen. So einen richtigen. Und dann lege ich mir ganz viele eigene Geschenke hin. Dann packe ich quasi mein ganzes Büro und Papier ein. So richtig sinnlos. Mit alten Zeitungen oder so einen Scheiß. Ich hoffe, es ist eine Xbox. Ja, genau sowas. Das wäre ja so geil, wenn das eine Xbox wäre, was. Ich glaube, das werde ich mir nochmal, ich glaube, zum 40. gönne ich mir das, glaube ich. Oder zum 37. nächstes Jahr. Also müssen wir nur auf die Zeichen achten, ne? Wenn wir im Hintergrund so Reste von einer aufblasbaren Hüpfburg sehen, dann wissen wir Bescheid. Aber das, ich glaube, das mache ich, ich glaube, das mache ich wirklich. Doch. Ich glaube, nächstes Jahr gönne ich mir das. Okay. Ich glaube, dieses Jahr, glaube ich, doch. Ja, doch. Schön noch mit ne Pinata oder so. Ja, doch. Und dann lade ich alle meine nicht vorhandenen Kumpels ein, weil die alle arbeiten müssen. So wie halt das immer ist in der Zeit. Ja, aber das ist doch normal. Das ist doch immer so. Also das ist schon immer so gewesen und das wird auch immer so sein. Natürlich, das ist doch auch nicht schlimm. Das ist alles okay. Ich baller auch alleine auf so einer Hüpfburg. Ich finde das auch schlimm, wenn man an so ganz bestimmten Feiertagen Geburtstag hat. Heiligabend, erste Weihnachtsfeiertag, zweite Weihnachtsfeiertag, Silvester, Neujahr, was auch immer. Ich hatte immer in den Ferien Geburtstag. Aha. Welche Ferien? Ist es da warm oder eher kalt? Marga, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wenn alle Rotz gehören, dich zum Geburtstag einladen und eine riesige Väter haben mit Grillen und am Strand mit Kuchen. Und dann hast du Geburtstag? Ja, sorry, wir sind nicht da. Wir sind im Urlaub mit unseren Eltern. Oder wir sind bei Oma und Opa. Ja gut, dann fickt euch doch. Dann fickt euch einfach ins Knie. Ich habe, glaube ich, mehr Geburtstag mit meinem Papa gefeiert als alles andere. Ich habe mir ein Lego gebaut. War geil. Ja. Stark. Naja. Also bei mir gab es die traurige Geschichte, als ich noch in Dötz war. Da wurden, also im Fernsehen läuft ja immer Werbung für Produkte. Und auch an, also Produktfirmen, die man sich so begeistern kann. Und dann gab es dieses Spiel Hotel. Kennst du das noch? Dieses Brettspiel Hotel, wo du dann so die Hotels draufbauen kannst. Also Monopoly Plus sozusagen, ja? Ja, ja. So, da hast du dann so richtig große Pappenhäuser, die man da so draufstellen kann. Das war richtig beeindruckend. Und es wurde halt monatelang dafür Werbung gemacht schon. Oder seit einem Jahr oder seit zwei, ne? Das kam damals irgendwie raus. Und das habe ich mir gewünscht. Und was habe ich bekommen? Das Spiel hieß Hotel König. Das war so ein reines, flaches, zweidimensionales Brettspiel, wo man solche... Es war nicht Hotel. Es war nicht mal ansatzweise Hotel. Das war auch nicht schlecht, aber, ne? Du warst traurig? Ich war nicht so glücklich, wie ich gedacht hätte. Ja. Deswegen habe ich auch immer keine Wünsche. Ich glaube, das ist auch super schwierig. Weil das Ding ist immer an diesem Wünschen-Ding. Menschen fragen dich ja irgendwann, wenn du älter bist, so nach spezifischen Dingen. Und du sagst dann das immer und du weißt doch eh schon, was du kriegst. Deswegen finde ich das immer voll doof. Ich erfülle mir die Wünsche, die ich haben möchte sowieso selber. Und ich glaube, es ist extrem schwer, jemandem der... Also, ich glaube, es ist extrem schwer, mir was zu schenken. Und ich, also, ne? Außer, wenn mich zufällig, also über das Jahr verteilt, zehnmal dasselbe sagen. So, aber das hätte ich aber wirklich nochmal ganz gerne, so als kleine, ne? Ja. Ja. Das ist bei mir auch mega schwer, weil ich kaufe mir das meistens halt immer. Mhm, genau. So geht es mir auch. Ja. Ich habe mich auch selber beschenkt. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich immer, wenn sich jemand so die Zeit nimmt und, keine Ahnung, mir dann auch irgendwie einen Kuchen herstellt, backt oder was auch. Also, das finde ich schon cool. Herstellt? Ja, einen Kuchen herstellen. Ja, fühle ich auch. Fühle ich auch. Mhm. Sehr sogar. Aber, Jim, du hast dich ja, äh, pass auf, perfekte Überleitung, du hast dich ja quasi jetzt, äh, letzte Woche auch selber beschenkt. Du hast dir ja was kleines, süßes, schnuckeliges nach Hause geholt. Erzähl doch mal. Du meinst den Computer da? Ach ja. Genau den. Ach so. Ach so. Das ist ja eine Überleitung. Du meinst mein kleines Monster. Ja. Ähm. Ja, seit ein paar Tagen schraube ich da so ein bisschen rum und experimentiere so vor mich hin. Und, äh, das Ganze haben wir auch im Stream gemacht. Und ich habe mal Sachen eingebaut. Aber ich überlege gerade, was war denn neu an der Kiste? Die CPU hatten wir ja schon. Ach so, genau, richtig. Äh, das Mainboard musste noch rein und so ein bisschen Krimskrams halt, ne? Nichts, nichts Wildes. Ja. Und ob du das glaubst oder nicht, ähm, ich habe Kühlprobleme mit einem Noctua D14. No joke. Also das ist ein B550 Mainboard. Ich habe schon fast alles eingebaut, bis auf die Elgato Capture Card. Ähm, ich habe eine Macewell, die, diese M.2, funktioniert super. Ich habe den Ryzen 5900X. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der, ne? Du musst ja nicht alles immer komplett aussprechen. Ryzen 9900. Ja, 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 ist gut. So. Und, äh, dann habe ich mir einen Noctua-Lüfter bestellt, ähm, der auch in das Gehäuse reinpasste. Weil das ist noch ein Corsair-Gehäuse, das R240. Das ist dieser kleine Würfel. Den gibt's ja in groß 540 und den kleinen 240. Und so passt der halt genau in mein Ikea-Regal rein. Das heißt, der nimmt möglichst wenig Platz weg als Stream-PC, ne? Ja. War er früher auch schon, nur da war ja andere Hardware drin. So, und dann habe ich meine üblichen Leistungstests gemacht. Also sprich, einfach nur, ähm, Videodatei reingefeuert, äh, dann später habe ich die Videodatei noch über einen kleinen Noctua-PC reingeballert, dass es halt wirklich über HDMI reinkommt und nicht in der Videodatei ist, weil die macht ja ein bisschen mehr Last. Und, ähm, ja, Streaming gar kein Problem. Egal, welches Preset man da nimmt, bis Slow und auch darüber hinaus, überhaupt gar kein Problem, das frisst der. Machst du aber, ähm, und da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, steuerst du, äh, äh, encodest du aber nicht nur den Livestream, egal welche Qualität, und natürlich 1080p, 60fps, bla, 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 sondern machst du auch gleichzeitig über, äh, über die CPU dann, äh, auch ein Recording, dann steigt die CPU-Temperatur so auf 86, 87 Grad an, trotz Noctua-Kühler, egal welcher. Und, ähm, du hast früher, später, ähm, einen richtigen Drop, weil, weil, weil der, ähm, weil die, weil die Thermik halt zu hoch ist und der einmal runter taktet für einen kurzen Moment. Dann geht die CPU-Last runter, ähm, oder die, der Takt-Fabrik, die Takt-Fabrik geht runter auf so 0,5, äh, Gigahertz, also 500 Mbit, äh, 500 Megabyte, Entschuldigung, Megahertz. Mein Gott, ich kenne doch diese ganzen Abkürzungen. Ich hab, ich bin doch selber jemand, der früher eine 500 Megahertz CPU hatte. Ich weiß doch, was das ist. Und, ähm, und, äh, dann bricht sozusagen, ich nenne es jetzt mal das Encoding zusammen, ja, weil er in dem Moment natürlich nicht genug Leistung hat und wir haben Dropframes und bla, bla, bla. Und das Ding ist, wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, oder letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, ähm, Thema Grafikkarte. Man baut eine Grafikkarte ein, damit ein bisschen Last abgefedert wird, richtig? Mhm. Da drin ist jetzt eine GT 710. Das ist eine Grafikkarte von 2015, 16 rum, so roundabout. Zwei Gigabyte Speicher, passiv gekühlt, äh, auch ein neues, äh, neues Teil, also das hab ich nicht irgendwie gebraucht gekauft oder sowas. Und diese Grafikkarte macht trotzdem laut Taskmanager 50% Last von OBS. Im OBS haben wir natürlich auch diese Quellen werden über, ähm, über die Hardware-Beschleunigung, ähm, quasi befeuert, ähm, ausgeschaltet oder eingeschaltet. Das ist völlig egal, die Last läuft immer an und ich sehe da keinen Unterschied. Also weder bei der CPU noch beim, äh, bei dem Endergebnis dann, ne? Also, das ist überhaupt kein Problem. Also die CPU kann encoden und sie kann auch gleichzeitig aufnehmen, aber unter dieser Volllast braucht sie zu viel, äh, also hat, produziert sie zu viel Wärme, ne? Ich glaube auch, dass es einer der schlimmsten, äh, Prozessoren ist. Also ich glaube sogar, dass der 5950X dieses Problem vielleicht nicht hat. Hab ich aber nicht ausprobiert. Dann habe ich eingebaut, also das war ein, ich hab, ich hab den Namen grad nicht vorhanden, da vorne steht's, äh, NHC14S. Das ist quasi so ein Top-Lower-Kühler. Mhm. Also sprich, wo der, ähm, wo du nicht zwei Kühltürme hast, sondern nur einen. Und der ist um 90 Grad gedreht und, ähm, standardmäßig hängt der Lüfter da drunter, damit man das Gehäuse zumacht. Und dann kannst du dir entweder aussuchen, entweder pustet der, ähm, sozusagen, äh, auf den Kühlkörper und pustet sozusagen nach oben gegen das Gehäuse. Ja. Oder er macht quasi Pull, also er saugt und, ähm, versucht sozusagen dann durch den Kühler, ähm, durch die Kühlrippen möglichst viel Luftstrom durchzuziehen. Mhm. Und egal, was du machst, ob du das da drauf machst, da drunter machst, ob du den, äh, noch einen zusätzlichen Lüfter oben drauf montierst und beide drücken sozusagen nach unten, ähm, es wird, es wird zu heiß. Dann hab ich mich hier ein bisschen umgeguckt, hab gemerkt, dass ich noch zwei alte, ähm, Noktur NH-D14 Kühler hier habe, ähm, hab die eingebaut oder hab den eingebaut, äh, hab, äh, verschiedene Lüfter drauf montiert, ein 120mm Lüfter, der schneller dreht, ein 140mm Lüfter, der ein bisschen langsamer dreht, äh, und im Endeffekt haben alle das gleiche Problem, ähm, erstens würde das Gehäuse dann nicht mehr zugehen und zweitens, ähm, ja, ähm, würde der, würde das beides darin enden, dass, dass wir so in so einem ganz extremen Bereich liegen von der Temperatur her, da muss nur die Umgebungstemperatur ein bisschen heißer sein hier in der Bude und dann wird das ja wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Ja. Offenes Gehäuse, ne, bla. Dann haben wir gestern mal so ein bisschen geschaut, das ganze Feld ist ziemlich unübersichtlich, wenn du nach, ähm, Kühlern suchst, ähm, du findest dann Gamers Nexus, Linus Tag Tipps, du findest eine Million Webseiten, die irgendwelche, äh, Kühler eigentlich nur anbieten, also quasi irgendein Bullshit dazu schreiben, ein paar Testergebnisse veröffentlichen und, äh, dann einfach nur Affiliates drunter, Links drunter packen, damit sie halt eben da über solche Klicks Geld generieren können, also sehr unwissenschaftlich und du findest auch ein paar Videos, in denen Leute genau diese CPU mit verschiedenen Kühlern, ähm, ausprobiert haben. Und ein Kühler, der, äh, immer mal wieder auftaucht und immer mal wieder auch von beispielsweise Gamers Nexus gelobt wird als der neue König unter den, äh, Ryzen, ähm, Kühlern ist ein Arctic-Kühler und zwar eine Ayo, eine 240er Ayo, ähm, Arctic-Cooling, Liquid 2, irgendwie sowas, keine Ahnung, den Namen. Den habe ich gestern bestellt. Gestern. Das heißt, der kommt in den nächsten paar Tagen an. Dann werde ich den ausprobieren und das wäre, der hatte für mich drei Vorteile. Ähm, der soll die beste Kühlleistung auf dieser CPU haben, er ist klein genug, dass ich das Gehäuse wieder zubekomme und er kostet also verhältnismäßig wenig Geld für eine Kompaktwasserkühlung, irgendwie unter 70 Euro. Und, ja, ich wollte zwar keine Kompaktwasserkühlung haben, aber jetzt ist es dann doch wieder vielleicht soweit. So, das ist die Kurzform davon. Ich habe jetzt lange erzählt, aber das ist so die Kurzform davon. Alles andere scheint erstmal zu funktionieren, was ich ausprobiert habe. Alles. Hast du die Lüfter auf volle Radieschen gedreht? Ähm, der CPU-Lüfter läuft auf 100% zum Testen, sonst wäre der Test ja sinnlos. Ja. Ähm, ich habe das, wie nennt sich das, Precision Overdrive Boost, POB? Ne, wie heißt das Ding? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, im BIOS auch mal ausgeschaltet. Ich habe den Namen gerade vergessen. Irgend so was. Also die AMD-Technologie, dass er halt automatisch hochboosten soll. Das kann man auch komplett deaktivieren. Ja. Ähm, PBO, dankeschön. Dass die PBO-Funktion auch komplett deaktiviert. Was man machen könnte, und das wollte ich jetzt im Vorfeld nicht ausprobieren, ähm, oder noch nicht ausprobieren, ähm, wir könnten die CPU grundsätzlich alle auf eine Taktfrequenz setzen und dann die Taktfrequenz wählen, mit der wir, mit der wir den, mit dem Kühler ausreichend Leistung haben, damit wir halt eben, ähm, dieses Level nie erreichen. Ja. Dann hätten wir also weniger Leistung, würde auch funktionieren, ähm, oder wir könnten den leicht undervolten, das würde auch gehen, ja. Ähm, also hätte ungefähr dann denselben Effekt wie, wie feste Taktraten einstellen. Aber ich denke mir halt, es kann ja nicht sein, dass die Kühlkomponente das nicht packt, was der Hersteller da gebaut hat, also muss ein anderer Kühler her, richtig? Ich will ja die maximale Leistung aus dem Ding rausziehen, ich will ja nicht, ich will ja mir nicht jetzt hier, ähm, so einen kleinen, also ist das, ist ein AMD, ist ein Ferrari, oder? Der ist schon ein Fahrer, ja. Ist schon ein Ferrari. Du willst ja nicht ein Ferrari hinstellen und dann sagst du, äh, ein Drosselwetz, aber du darfst ja nämlich nur 25 fahren. Nee, das fühle ich. Ja. Aber ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte, glaube ich, mehr Gehäuselüfter eingebaut. Und die einfach... Gehäuselüfter haben keinen Unterschied gemacht. Habe ich ausprobiert. Der ist ja komplett offen. Auch nicht auf volle Pulle? Die Gehäuselüfter haben kaum einen nennenswerten Unterschied gemacht. Also Gehäuselüfter sind, ähm, vorne zwei verbaut, 220er, auf der Rückseite passen nur 280er rein und dann könnte man noch welche nach oben machen. Aber wenn das Gehäuse sowieso offen ist, ähm, und du da auch, ich hab hier mit meinem, mit meinem Temperaturfühlen Moppet, ne, hier mit meinem Thermometer, äh, ich hab andauernd so überall Tests gemacht und so weiter und die Gehäuse-Temperatur oder die Innenraum-Temperatur in Anführungszeichen, die variiert wirklich nicht stark. Also, ähm, selbst wenn die CPU an diese Leistungsgrenzen stößt, ne, ich mein, klar, natürlich, wenn's ein geschlossenes Gehäuse wär, du musst immer die heiße Luft abtransportieren, du musst frische Luft nachschieben, gar keine Frage, ähm, aber das war kein nennenswerter Unterschied, nein. Ja, das muss die Größe vom Gehäuse sein, weil mein Racing-Rig hat mit weitaus beschisseneren, äh, weitaus beschisseneren, äh, ähm, ähm, sag ich mal, Möglichkeiten ist der nicht so hoch. Wobei ich meine Grafikkarte schon über 90 Grad gekriegt hab und mein CPU nicht. Also, die CPU, ich sag mal, äh, wenn du den, wenn du den ganz normalen Desktop-Betrieb, äh, so rum, vor sich rum iddeln lässt, dann schwimmt der irgendwo zwischen 40 und 50 Grad, das ist für Ryzen schon wirklich sehr gut. Noctua-Lüfter halt, ne, right? Ja. Wenn du dann, wenn du dann so ein paar Webseiten und so weiter aufmachst und der ab und zu mal ein bisschen Last kriegt, mal ein Update oder so was zieht, dann geht der so auf so 60 Grad hoch, so 60 halbwegs, 75, ne, mal ganz kurz, aber der fängt sich dann halt sofort wieder und wenn du richtig Last drauf legst, also Benchmarks oder Prime hab ich zum Beispiel nicht mal drauf laufen lassen, weil, ne, juckt halt, ähm, das simulier ich ja sowieso, indem ich, indem ich quasi über die CPU encoden lasse, ähm, also den Stream, dann geht der automatisch über 70 Grad hoch, 70, 75 Grad und wenn du dann noch zu, oder auch teilweise über 80, wenn der lang genug laufen ist und wenn du dann das Recording noch gleichzeitig mit drauf machst, dann hat der Vollauslastung, ne, dann, dann feiert der quasi eine Party und das Blöde ist, und da bist du wahrscheinlich, äh, im Thema, weil du dich mit diesen Presets schon auseinandergesetzt hast und dieses X264, äh, Encoding-Geschichte, da hab ich mir auch schon, äh, also es gab ein paar nette Menschen, die mir ein paar Links geschickt haben, mit denen ich mich mit dem Thema auseinandersetzen kann, ähm, wir haben keine saubere Auslastung auf allen Kernen gleichzeitig. Ich sehe immer noch, dass wir, ähm, selbst wenn wir die Threads-Funktionen benutzen, ähm, dass man also mit mehr Threads arbeitet, als das standardmäßig OBS machen würde, dass die Auslastung der wirklichen Kerne und Threads vom, die man im Taskmanager dann halt schön sehen kann, dass wenige Kerne sehr viel zu tun haben und einige Kerne nicht ganz so viel zu tun haben, ne, also diese Verteilung. Das kann OBS nicht. Ja, genau. Das wäre schön, wenn das gehen würde, ohne großes Higgy-Haggy, das würde ich auch feiern, weil, also, wenn ich jetzt mal kurz reingucke, äh, hier auf der guten Stute, äh, Moment, wo ist er denn da? Ja, bei mir ist so, die, also, alle Kerne sind an, aber die Threads dazu sind so schlafen. Also, bei mir, ich bin auf allen Kernen drauf, aber die Threads dazu halt nicht. Ja. 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 Weil sonst wären wir schon viel weiter, wenn das gehen würde. Aber dann hätten wir wahrscheinlich schon X265 am Stil. Ich denke, man kann sich damit jetzt noch viel auseinandersetzen, was da noch drin ist, aber, äh, das wird kaum jemand sehen, den Unterschied zwischen dem, was du jetzt hast und noch was Besserem. Und in ein paar Jahren kommt eh der Wechsel auf AV1, ähm, und dann werden die Karten eh wieder neu gemischt. Und wenn das funktioniert, wenn du die Test-Videos oder die Test-Streams auf Twitch dazu gesehen hast, das läuft ja hier permanent, ähm, dann hast du eine, äh, 1440, ähm, ähm, 1440p-Auflösung und, äh, bei geringerer Bitrate ein deutlich geiles Bild. Super gestochen scharf. Das sieht der Hammer aus. Also wirklich, egal auf welcher Plattform. Und AV1 kommt sowieso auf jede Plattform. Egal ob Netflix, YouTube, Twitch, egal. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Wie ist denn, äh, wie ist denn dir so ergangen mit der, mit der, ich hab übrigens deine Grafikkarte, äh, ich hab ja, du soll, kannst du über die Grafikkarte NVENG ansteuern? Habe ich nicht gesehen, nein. Weil die Grafikkarte ja eine komplette, so theoretisch eine 2D, also 2D, ja, ja, ja. Übrigens, das ist sehr verwirrend, was du da erzählt hast, weil die Grafikkarte, die du da benutzt, ist einfach nur eine, also eine normale Grafikkarte. Die reicht halt für ein Stream-PC. Ich hab halt gedacht, du kommst da mit sonst was um die Ecke, mit so Platine-Only reingepfeffert, wo nur HDMI rauskam. Es hörte sich halt für mich so an, als wenn da gar nichts ist. Und ich hab mich so, hä? Aber jetzt, wo du die Grafikkarte sagst, so, das ist ja die Standardkarte für ein Streaming-PC quasi. Es ist, es ist eine GT 710, das ist quasi für mich so ein, so ein Ding, was würde man heute mal in einen HT-PC stellen, ne? So irgendein Computer, den du nur zum Videos gucken betrachten möchtest. Und deshalb werden diese Grafikkarten auch gebraucht, äh, nicht günstig gehandelt. Also du kannst mal Glück haben, dass du es immer für 30, 35 Euro kriegst, aber, ähm, das macht halt keinen Sinn, wenn ich, wenn ich auf Auktionen bei Ebay mitbiete und dann gehen die auf 40 Euro hoch und für 50 kriegst du das Ding neu. Mit Rechnung und allem, das macht ja keinen Sinn. So, und bei der Grafikkarte haben wir, äh, sogar einen VGA-Anschluss oben drauf gehabt. Und, ähm, den hab ich, äh, rausgelöst, rausgeschraubt, also rausgenommen, den kompletten Anschluss. Und, ähm, ich hab ja diese Onboard, also die M.2-Variante als Capture-Karte. Und da geht ein Kabel von weg und das hab ich dann oben mit an die Grafikkarte, äh, an den Ausgang, hinten an den Slotblech angeschlossen. Da musste ich auch noch ein bisschen bohren, weil die Lochabstände waren nicht so richtig. Da hab ich auch gesehen, dass manche Leute das witzig fanden, wie ich dann mit meinem Akkuschrauber so freihand so versucht habe, das Loch ein bisschen aufzubohren, ne? Mangels Werkbank, aber es hat funktioniert, ne? Es hat alles funktioniert. Also ich kann dir eins sagen, ich bin da gerade am Rumexperimentieren. Ich lass mir da auch gerne lange mit Zeit, ne? Also ich hatte auch wieder ein paar neue Leute dann bei mir in meinem Chat, die dann auch der Meinung waren, sie müssten da jetzt Vollgas geben. Ja, du musst das so und so machen, dann kannst du das so und so machen. Und ich sag so, nee, ich hab hier gar kein Problem. Ich will die Limits erstmal kennenlernen. Ich will verstehen, wie heiß wird diese CPU, wenn ich sie unter meiner Volllast raus... Ja, musst du mit Prime machen. Ich so, Prime bringt mir nichts. Ich will nicht unter Prime irgendwas Synthetisches provozieren, sondern ich möchte meine Auslastung haben, den absoluten Maximalwert. Und dann will ich sehen, was kann die CPU? Wann bricht die zusammen? Und wo muss ich gegenhalten? So, und ich hab's gerade bei mir im Chat gelesen, ja, mit dem richtigen Airflow wäre das sicher kein Problem. Ähm, nein, garantiert nicht. Das ist ein offenes System. Da kannst du noch so viel Luft und so weiter drauf ballern. Ähm, dann, das wäre dann unrealistisch. Also... Zumal, zumal jetzt auch relativ warmes Ambiente, ne? Also bestimmt mal, deine Wohnung ist jetzt nicht so kalt. Geht. Das wird bestimmt noch so zwei, drei Grad ausmachen. Aber ja, Menschen, Menschen verstehen halt immer, ich bin ja auch so ein Typ, wenn, also, bei mir kommt ja relativ häufig neue Hardware und da wird mir ja auch gesagt, ich soll Benchmarks machen. Und ich finde Benchmarks so schwachsinnig, weil die sagen überhaupt nichts über gar nichts aus. Also, in dem Fall beispielsweise, äh, ich mach jetzt ein Benchmark für ein 5900X mit einer 6800XT und dann steht da ein Score von 10.000. Ja, was hast du jetzt gewusst in... Genau, yay! Und was hast du jetzt gewusst, in welchem Game das läuft? Ja, gar nicht. Hast du gar nichts gewusst. Was machst du jetzt, wenn du Prime laufen lässt? Ja, schön, läuft auf 100%. Was sagt mir das? Gar nichts. Reicht das vielleicht mit der, so wie du sagst jetzt, ich will aufnehmen und, äh, nee, bei OBS laufen lassen? Reicht das dafür? Ja, dafür reicht das. Brauch ich dann, muss ich Prime laufen lassen? Nee, warum? Also, wenn du jetzt deine, deine Schüssel overclocken, äh, overgeclock hältst und guckst, ob die, ob die abschüsselt oder so. Mhm. Okay, fair enough. Menschen sind aber, hab ich so das Gefühl, in ihrem, die sind so gefangen in diesem ganzen Zeug, was immer Menschen im Internet machen. Es ist genauso, wie jeder immer ein Benchmark in Tomb Raider machen muss. Weil Lain des Texttaps macht immer Tomb Raider. Also müssen wir alle tun, mach mal Tomb Raider an. Warum denn? Äh, was spiel ich Tomb Raider? Ist das für mich von Relevanz, ob jetzt Tomb Raider mit 3 Milliarden Komma 12 FPS läuft oder was? Aus dem Grund hab ich damals die 3090 auch nicht sofort eingebaut. Ja, bau doch mal die 3090 auf, wir wollen das sehen. Ja, was wollten wir sehen? Ja, wie geil das Spiel dann läuft. Hä? Ihr wollt sehen, ob Tarkov besser läuft mit der 3090 als mit der 3080? Da gibt's keinen Unterschied. Nicht wirklich. Ja, also nicht wirklich. Natürlich wirst du ihn messen können, aber nichts, was man halt spürt. Das Game ist scheiße optimiert und es ist scheiße. Ich hab gerade Doom Eternal kurz laufen lassen und ich hab das ja auch nicht mit der 3080 gespielt. Das hab ich ja zuletzt mit der 2080 Ti gespielt und das war schon geil, ne? Alter Schwede, egal was du da reinmachst, ne? Egal, alles. Du kannst die Grafiksettings bis auf Albtraum hochstellen, ne? Grafiksetting bis auf Albtraum hochstellen, also Ultra-Albtraum nennt sich das, glaub ich. Und dann DLS an, DLS ist aus, RTX sowieso das volle Programm an, Selbstbewegungsunschärfe, was keine Sau haben will, ne? Alles an. Das läuft halt mit 160 FPS durchgehend, die ganze Zeit, in 1440p, ne? Und ich wollte eigentlich gucken, ob man mit DLSS da noch ein bisschen mehr rauskriegt, aber das bewegt sich halt immer so zwischen 120 und 160 FPS und es fühlt sich so unfucking fassbar flüssig an. Ich könnte das stundenlang spielen, da würde mir aber keiner mehr zugucken. Also ich spiel's nochmal weiter, aber es ist halt einfach geil. Doom ist aber auch echt gut optimiert, muss ich sagen. Also Doom ist wirklich sehr gut optimiert. Das läuft doch, gefährliches Haltwissen, auch über diese Vulcan-Geschichte, ne? I don't know, ist auch egal, damit hab ich mich nicht auseinandergesetzt. Aber das läuft wirklich gut. Das läuft wirklich gut. Richtig schön rund. Und deshalb finde ich, ist Doom auch nicht so das beste Beispiel, um mal so einen Performance-Test zu machen. Ich mein, klar, natürlich, du willst schon irgendwie wissen, wie schnell läuft dein Computer dann, ne? Oder wie viele Frames hat er vorher gemacht? Du hast mal so einen Benchmark laufen lassen, zum Beispiel von Tomb Raider. Und dann machst du es mit dem neuen halt auch für dich so, ne? Aber es ist halt kein Wert für nach draußen, weil, ja mein Gott, dann hat sich halt einer 200 Euro mehr für eine Grafikkarte ausgegeben, die macht ein bisschen mehr Spitzenlast so, ja? Und dann stehen da 20, 10 FPS mehr oder 5 oder sowas. Aber das spürst du nicht, das merkst du nicht. Ist genauso wie, dass eine 3080 von Anbieter A bringt eine Standard-Version raus, in Anführungszeichen, und dann kommt dann eine Overclocking-Version raus, ne? Was ist denn wirklich der Performance-Unterschied zwischen diesen beiden Grafikkarten? Marginal. Ja, dann hast du auf dem Papier vielleicht 5 FPS mehr, aber das ist nichts, was du jemals merken wirst, so, ne? Ich mag, also deshalb, ich stehe eben total auf die Faunus-Editions und, ähm, also erstens vom Design her und zweitens halt auch von dem gesamten Konzept, was dahinter steckt. Aber auf der anderen Seite, ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, dass man halt eben so die stärkste Version, die Amped-Edition, die OC, whatever oder sowas rausbringt. Weil erstens kann man das natürlich gut vermarkten und auf der anderen Seite wird es natürlich auch Leute geben, die auf sowas wie ein offenes BIOS und so einen Scheiß stehen, damit man hast da eben, vielleicht auch ein doppeltes BIOS, damit man das eine flashen kann, wenn das andere abstürzt und bla, 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 ne? Das finde ich auch gut, aber da bin ich nicht im Thema, das brauche ich auch nicht. Das ist halt, ähm, das Ding ist, dass Menschen halt immer so diese Gesamtkomponente, äh, Computer gar nicht wirklich betrachten, weil wir sind ja immer noch nicht an dem Punkt, dass in Computerspielen wir immer noch keine Bottlenecks haben. Also ich meine, es gibt Menschen, die fahren eine 6700 und schüsseln sich da eine 3090 rein im Rechner. Also, das Ding ist, du kannst ja, du kannst ja mittlerweile, kannst du dir eine 5900X rein donnern, eine 6800XTE und die, die, die ganzen Games laufen alle noch scheiße, weil Windows kacke optimiert ist, weil Treiber völliger Rot sind, also das spielt nachher am Ende gar keine Geige, ob du dir das da rein donnerst oder nicht. Also. Das stimmt, ja. Es ist ja, wir sind ja an dem, an dem, an dem Punkt auch angelangt, wo es einfach, äh, wo es eigentlich super schwierig ist, äh, immer noch einzuschätzen, ob das geht oder nicht. Deswegen sind ja diese, diese Benchmarks überhaupt nicht aussagekräftig für nichts. Also so gar nicht. Also ich würde schon sagen, dass Benchmarks ein bisschen was aussagen, damit du weißt, in welche Richtung das geht. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und dann, dann kommt ja auch noch dazu, weißt du, du hast dein System, es ist egal, was da drinsteckt, ein Intel, ein AMD, ein Nvidia oder auch, ne, von AMD die Grafikkarte. Und dann, und dann hast du da deinen Score. Aber das, das System, wenn du das dann zehn Spiele testest, dann laufen die einen Spiele, die ein bisschen besser auf AMD laufen, laufen halt nach oben. Also sprich, du hast eine bessere Score und bei dem anderen ein bisschen was anderes. So, und bei deinem Kollegen, der ähnliche Hardware hat, die ungefähr gleich gekostet hat, aber von einem anderen Hersteller, da sieht das vielleicht dann wieder gegensätzlich aus. So, ne? Also du kannst heute dich nicht mehr hinstellen und sagen, das hier ist das, ist das beste, äh, das ist das beste System, weil, weil, weil jedes Spiel da gescheit drauf läuft. Nein, fuck, wird's halt nicht geben. Es gibt Spiele, die sind halt auf AMD optimiert, also von der Grafikkarte ja, und manche halt, äh, halt auf Nvidia. Und das wird auch immer so bleiben. Also das, 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 und ich hab schon wieder Leaks gelesen, dass die neue Generation von Nvidia, also die 40er-Generation, die dann irgendwann kommt, die soll ja angeblich wieder 100% mehr Leistung haben als die 30er, also die 3000er-Serie, so, ne? Ach, dieses blöde, ach, ich komm, ich mag das nicht. Das Ding ist halt, weil, also ich verstehe, dass es da draußen Menschen gibt, die diese Leistung brauchen. Gibt es 100%ig. Also es gibt, weiß nicht, ich glaub, Grafikdesigner, hier, äh, die, äh, Cut-Zeichnung und sowas, 3D-Modellierung, äh, vielleicht auch Videokarten, oder, weiß der Geier, aber für Computerspiel, Manger, da kannst du halt immer noch mit der 1080 Ti spielen und bist immer noch glücklich, so. Ja, aber überleg dir mal, du hättest jetzt nur eine 1080 Ti bei dir im System drin. Ja, hab ich, bis Cyberpunk hab ich das gemacht. Ja, du, du kämpfst auch bei vielen Spielen, gerade wenn du dann höhere Auflösung haben willst, oder wirklich hohe Refresh-Rates haben willst, da kommst du schnell an die Grenzen, bei denen die neue Hardware wieder ein paar Schippen drauflegt. so, also haben ist da besser als brauchen, ganz klar. Ja, aber in einem Singleplayer, ganz ehrlich, was will ich mir in einem Singleplayer mit, was soll ich denn Resident Evil mit 150 Frames, wenn ich sowieso mit Controller spiele, weil die Maussteuerung nicht so geil ist, so, weißt du, was soll ich damit? Mhm. Also, das ist halt, ja, ich seh das halt immer so Kosten-Nutzen-Faktor. Also, für mich ist es nicht, was sagt mir ein Benchmark, was geiler ist, oder, was ist der Bang-Fall-Bug-Ding so, sondern, äh, wann, wann brauche ich wirklich 144 Frames? Wann brauche ich das? Reichen mir 60? Und dann ist alles gut. Also, mit der 1080 konnte ich alles spielen, Cyberpunk hat auch einigermaßen, äh, Äh, Tarkov hat funktioniert. Ich meine, im Racing Break würde eine 1080 Ti nicht gehen, also, da kotzt schon eine 6800 XT, also, die ist wirklich an der Kotzgrenze, die ist bei 98% Ausleistung, ole ole. Ähm, aber für den normalen Desktop-Gebrauch ist das halt viel, äh, ja, wie du schon sagst, so Marketing geschwurbel, so. Also, ich meine, ich hab ja jetzt auch schon mehrere Generationen Ryzen's durch, also, seit der ersten hab ich alles gehabt, und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich hab ja nur mittlerweile die Rakete hier drin, da ist seit Generation 1 lacht die CPU sich halt kaputt, bei allem. Also, ich kann dir sagen, ich bin von dem 2700 hoch jetzt gegangen auf den 5900, und wenn du ein paar Sachen gleichzeitig machst, kommt der 2700 super schnell an seine Grenzen. Beim Spielen geb ich dir absolut recht, wenn du ein Game spielst, der 2700 ist immer noch für viele Spiele absolut mehr als ausreichend so, ne? Aber auch da, es gibt Spiele, ich sag jetzt mal Battlefield 5 zum Beispiel, der kann, der kann wirklich schön mit mehreren Kernen umgehen, zumindest die Auslastung suggeriert dir das, ne? Das ist schön auf alle Kerle, schön verteilt, und, ähm, das fühlt sich mit dem, mit der stärkeren CPU einfach deutlich fluffiger an. Ne? Und auch im Competitive-Bereich, genau das, ne? Wenn du, wenn du im Competitive-Shooter spielst, so, ähm, mehr Frames haben, ist besser als, äh, naja, gerade mal so eben auf die, auf die 80, 90, 100 FPS zu kommen. So, ganz klar, aber, wo das Limit da ist, du kennst bestimmt auch das Video Leine des Tech Tips, wie er die, ganzen Leute eingeladen hat, Shroud und noch ein paar andere, und vor allem, wo sie dann, 60 FPS, 100 FPS, 120 und 240 FPS getestet haben, wo dann, wo dann wissenschaftlich, ähm, ähm, quasi bewiesen wurde, dass, wenn du, äh, wenn du eine hohe Bildwiederholfrequenz hast und das Spiel das aber auch bringt, also nicht irgendwie Tag auf spielst auf einem 240-Hertz-Monitor, da hast du kaum Vorteile, aber, aber wenn du jetzt Valorant, Counter-Strike, whatever halt irgendwie spielst und das Spiel bringt wirklich die 240 FPS, der Monitor zeigt dir das, dann hast du, egal ob du jetzt ein, ähm, ESL-Pro-Player bist oder ob du jetzt einfach nur ein Casual-Spieler bist, ähm, durchweg bessere Ergebnisse, ähm, was die Reaktionszeiten und die Fracks dann halt am Ende des Tages angeht. Ja. Eigentlich ist der Pro-Player dann besser. Ja. Und irgendwo sind wir dann auch in einem Bereich, wo es keinen Sinn mehr macht, weil du gibst halt nicht das Doppelte für eben die Hardware aus, damit du sie hast, weil es, es bringt dir halt einfach keinen Vorteil. Ja. Und jetzt warte, diese ganzen Games sind konzipiert, dass du die Scheiße auf dem Kühlschrank spielen kannst. Das korrekt. Die kannst du, die kannst du auf dem verfickten Kühlschrank spielen. Also Valorant, Valorant kannst du wahrscheinlich auf deinem Handy zocken und hast acht Milliarden FPS, weil da nichts drin ist, so. Also verstehst du, das Ding ist halt, dass Menschen dir dann halt verkaufen wollen, also ich verstehe ja, dass du 240 Frames haben willst, bin ich ganz bei dir und ist halt auch, äh, ist halt auch geil so. Aber wer zum Fick braucht eine 3090, um Valorant zu spielen? Kein Mensch. Niemand braucht das. Ja, das ist viel Marketing. Das ist viel Marketing. Da kannst du mit 1080 immer noch 240 Frames rauskloppen. Kennst du diese, ähm, E-Sport, äh, Trainingscenter, also du, wo dann, wo dann irgendwie jemand einen, äh, quasi eine Bude betreibt, in der, in der E-Sport, äh, Leute halt so trainieren können, wenn sie irgendwo anders vor Ort sind oder auch, ne, also wo so ein ganzes Haus ausgerüstet ist mit sowas. Da stehen, da stehen keine Höllenmaschinen, äh, also da stehen, da stehen keine 3090, 3080 oder sowas drin. Das sind nicht solche starken Rechner, eben wie du schon sagst, ne, du brauchst eben nicht diese Extremleistung, um, äh, um, um bei den Spielen eine richtig gute Performance zu kriegen. Aber was ich, wo du gerade sagst, ist, äh, 240 Hertz, 360 Hertz und so weiter, ne, ähm, es gab ja schon die ersten Monitore, es gibt ja schon die ersten, äh, Monitore mit 360 Hertz. Das nächste, was jetzt kommt, sind wirklich 480 Hertz Monitore. Wahrscheinlich auch erstmal nur in 1080p, ne, man fängt ja dann wieder, wieder, wieder unten halt irgendwie an. Da stelle ich mir dann auch die Frage, 480 FPS auf einem fucking Monitor. Ich möchte auch noch einen 240 Hertz Monitor haben, ja, ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich hab schon mal einen gehabt in 1080p, das ist mega geil. Äh, und ich möchte auch wieder demnächst einen haben mit, äh, in 27 Zoll, 1440p, äh, 240 Hertz. Da hab ich auch schon so ein oder zwei Modelle im Blick. Vielleicht so ein Samsung G7, vielleicht noch was anderes. Ähm, aber ich weiß genau, dass die meisten Spiele, die Spiele das nicht bringen werden. Und wenn Escape from Tarkov mal endlich ein DLSS Update bekommen sollte, nächstes Jahr oder innerhalb des nächsten Jahres, äh, dann glaube ich nicht, dass wir einen Performance Sprung von 100 FPS haben, offenbar eben 200 FPS oder so. Ich glaub, der Sprung, der wird dann so 20, 30 Prozent sein, ne? Wenn da überhaupt mehr als 100 FPS drin sind, so. Tarkov ist halt so, du hast so ne Batterie an Kernen und Threads und Tarkov so, naja, also wir kommen hiermit aus und die laufen auch immer mal nur so, weißt du so. Und der kommt ja noch dazu, weil jetzt mal wirklich butterbeine Fische und das ist meine persönliche Ansicht dazu. Was willst du mit fucking 240 FPS, wenn du 80 Kilo geladen hast und dich einfach drehst wie ein fucking Panzer? Da kannst du auch einfach 20 FPS spielen, okay? Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Das Spiel wird ja, das wird ja auch entschleunigt so und was willst du mit 240 FPS, wenn es entschleunigt wird? Oh, du hast schon lange keinen Tarkov mehr gespielt, ne? Du hast die Leute, die das spielen wie Call of Duty. Ja, ich weiß. Die rumhüpfen und springen und schießen und Ich weiß. Ba, 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 ba. Rucksack wegschmeißen, Spritzerinnen und Abfahrt. Weiß ich, ja, I know. Ja. Also ich sehe das eher so, dass man von den höheren Frames auf jeden Fall profitieren würde, auch in Tarkov. Aber in Tarkov ist ja als letztes reingekommen, Nvidia Reflex. Da sehe ich keinen nennenswerten Unterschied bei mir. Also ich habe, ich merke es nicht. Ich bin, ich bin gefühlt vorhin auch wieder hinter einer Ecke erschossen worden beziehungsweise gestorben und ich habe auch einen erschossen und da hat der Server eben auch erst eine Sekunde später mir mitgeteilt, dass er tot war. Ne? Schieß, schieß, schieß. Geh selber in Deckung. Geh gerade wieder aus der Deckung raus und der Gegner dann so vor meinen Augen so Und ja, das kann jetzt D-Sync sein, das kann sein, dass er verblutet ist, das Spiel gibt diese Möglichkeiten, ja, aber das war für mich halt auch wieder so ein typisches, naja, das war halt D-Sync. Ja, das, deswegen spiele ich das auch aktuell nicht mehr. Ja, kann ich verstehen. Und ich verstehe auch, dass Nvidia Reflex nicht einen wirklichen High-End-PC als Ziel hat, sondern eher jemandem etwas bringt, genau wie die Dingens-Technologie, die Sync-Technologie, die auch eher mehr bringt, wenn du einen schwächeren PC hast und so weiter und das ist auch alles schön und gut, ne, am Ende des Tages probiert man es aber trotzdem aus und guckt, was man da so macht. Aber ich brauche mir jetzt nicht einen schwächeren Computer zusammen und zu sagen, so, ja, hier lohnt sich das jetzt voll, Mann. Macht halt keinen Sinn. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also, die kleine Kiste da. Ja. Ich lasse mir super gerne damit Zeit und probiere halt in aller Ruhe alles aus und lasse das erstmal hochlaufen, weil ich möchte halt wissen, wo so die Limits damit liegen, damit ich auch später im Betrieb dann halt sagen kann, okay, jetzt haben wir hier wirklich ein thermisches Problem, ja, also es ist zu heiß geworden, ne, und nicht irgendwie wieder anfangen zu spekulieren. Ich will wissen, also ich weiß, dass der, da ist ein 750 Watt Netzteil drin, das ist easy, viel zu groß, alles cool, aber das hatte ich halt noch oder beziehungsweise es war sogar noch eingebaut. Speicher muss da nicht viel rein, Arbeitsspeicher hat sogar nur 2667 Megahertz, den könnte man auch auf 2800 laufen, lassen, sehe ich auch für ein Stream-PC keinen wirklichen Grund, darin schnelleren Speicher laufen zu lassen, außer du machst sowas wie Videoschnitt. Siehst du einen Grund, warum in einem Stream-PC ein schneller Speicher sein muss? Ne. Browser-Sources vielleicht, Videos, die du abspielst. Ja, Moment, das ist aber viel Speicher, nicht schneller Speicher, weißt du? Viel Speicher sehe ich ein, wenn du viele große Browser-Sources hast, die abgespielt werden müssen, und die liegen dann halt in dem Speicher, die teaser ich da mal eben rein. Das verstehe ich, aber schnellen Speicher brauchst du da nicht. Ich habe auch nur, nur in Anführungsstrichen 3000 da drin. Mhm, ja. Der läuft 3000 reicht. Ja, ja, und mein, 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 also, mein Anspruch nachher wird sein, dass der, dass der PC halt, ähm, streamen und recorden gleichzeitig über die, über die CPU können soll, und, ähm, darauf muss die Kühlung ausgelegt sein, so, und wenn die, wenn die neue Kühlung dann sagt, cool, ich schaffe das, ja, dann kann das Gehäuse auch wieder zugemacht werden, und dann laufen die Tests weiter. Dann kommt die, kommt die, äh, die zweite Capture Card rein, dann habe ich, äh, vier Inputs für Kameras und einen für, ähm, Gameplay sozusagen, und, ähm, wenn ich eine Konsole anschließen will, dann gehe ich halt auch über den Kamera Input, weil das wird halt auch ausreichen. Ja. Ähm, und dann läuft das. So, das, also, also, also wie gesagt, ich, ich mache mir da keinen großen Stress mit, und das, da habe ich es auch nicht mit eile. Ich finde das eher interessant. Ich habe noch eine zweite Sache gemacht, ähm, da habe ich mich auch lange vorgedrückt. Ich habe gerade so Bock, ne? Was denn? Ich bin, also, ich habe gerade mich, äh, mich, also, ich, äh, bin gerade so, ich würde, glaube ich, auch gerade neun bauen. Das Problem ist, ich kann nicht kleiner werden. Ja. Äh, das verstehe ich. Ich muss mal, ich muss ganz kurz mal was studieren gehen hier. Okay, dann, dann, dann erzähle ich eben, ja. Ja, ich höre dir, ich höre dir zu, ich, einmal kurz gehe ich studieren, okay, ja. Das verstehe ich. Ich habe ja, ich habe ja als meine, meine Wireless-Mikrofonlösung, bin ich ja auf was Einfaches gegangen, und zwar das, äh, Rode Wireless Go. Das ist übrigens mein, mein Zeigefinger, das ist nicht mein Mittelfinger, ne? Nicht, dass das jetzt hier komisch rauskommt. Und, ähm, das klingt, wenn ich das direkt anschließe an meinen Mischpult, äh, oder auch direkt an die Soundkarte vom PC, klingt es noch ein bisschen dünn. Also, es ist, es ist ein schönes Mikro, und es ist super einfach im Handling, weil du hast halt einen Receiver, den kannst du dann mit einem, äh, mit einem kleinen Klinkenanschluss, äh, egal woran anschließen, das ist ein Line-Signal, und du kannst damit mal machen, was du willst. Und, egal was ich am Mischpult eingestellt hab, ich hab jetzt das nicht extra noch durch einen zusätzlichen Kompressor oder sowas gejagt, ne? Klang ist halt insgesamt noch ein bisschen dünn, und, naja, nicht ganz so voluminös. Jetzt hab ich endlich mal, mich mal ein bisschen, nur ganz kurz, ganz oberflächlich, mit ein paar VST-Plugins für, ähm, OBS auseinandergesetzt, hab das Ding direkt an meine Soundkarte angeschlossen, bei der Soundkarte, dann beim Installieren der neuen Treibers gemerkt, dass, äh, Creative mal wieder eine neue Software rausgebracht hat, in der, äh, eine ganz bestimmte Funktion fehlt, die ich eigentlich brauche, oder nicht brauche, also die ich gut finde, ähm, bei der Soundkarte, und zwar, dass alles, was über die Soundkarte ausgegeben wird, soll gleichzeitig auch nochmal über den, ähm, optischen Ausgang ausgegeben werden, eine Stereo-Mix-Funktion, hat's nicht mehr, ist einfach weg, ist, ist einfach weg, weißt du, so von wegen, früher war das ein Verkaufsmerkmal, und jetzt so, ja, ist in der neuen Software einfach nicht mehr da, ähm, aber dafür haben wir jetzt wieder lustige Soundprofile, dass, wenn bestimmte Programme oder Spiele laufen, dass es automatisch auf das ein oder das andere Soundprofil läuft, was keine Sau braucht, und, ähm, äh, ja, und hab dann in OBS quasi, äh, einfach nur gesagt, ähm, heb die Höhen an, heb die Tiefen an, ähm, mach insgesamt das ganze Signal ein bisschen fetter, mach einen Expander drauf, ähm, damit du halt kein, kein hartes Noisegate hast, ähm, und es klingt wirklich gut dafür, dass es halt nur so ein kleines, popeliges Ansteckmikro ist. Einziger Nachteil, dadurch, dass du immer nicht dieselbe Position zum, äh, zum Mikro hast, von deinem Mund, ähm, kann es natürlich sein, dass wenn du es hier quasi an deinem, an deinem Kragen trägst oder an deinem Hemm trägst und den Kopf wegdrehst, dass es dann ein bisschen leiser ist, ne, aber das ist nicht wirklich dramatisch. Also wirklich nicht dramatisch. Das habe ich letzte Woche auch gemacht. Also, irgendwann mal abends mal rumexperimentiert und dann im Stream noch ein bisschen daran rumgefummelt und eingestellt und das ist schön geworden. Sehr schön geworden. Kleinigkeiten, ne? Kleinigkeiten! Ja, so, was hast du gerade nachgeschaut? Es gibt kein passendes Mainboard. Für? Alles. Also es gibt schon Mainboards für Epic-Prozessoren, weißt du? Ne, ich wollte mir 5950X da reinschrauben. Aber, ich brauche acht RAM-Bänke. Ne, ne. Acht? Ne, nicht, ich brauche, ich flexe acht, äh, äh, RAM-Bänke, weil ich habe acht Riegel und das möchte ich auch wieder haben und ich brauche, ich brauche die ganzen PCI-Slots wieder. Ich habe eins, zwei, drei Capture-Karten, vier mit Soundkarte, fünf, sechs dann wahrscheinlich, also sechs dann im Sinne von, weil die Grafikkarte einen abdeckt, ist ja leider immer noch so. Kannst du die Grafikkarte mit dem Razer-Kabel rausziehen? Hm. Ich weiß, hast du keinen Bock drauf, aber auf diesem Weg kannst du, äh, den verdeckten Slot weiter nutzen. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Die gefällt mir, weil dann kann ich sie nämlich vertikal einbauen. Ist auch für den Flex schön, ne? Warte, ich zeige euch mal eben kurz meinen PC. Ach, habt ihr gesehen, was da für eine Grafikkarte drin ist? Nee, also da ist jetzt nicht unbedingt eine Flex-Version. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich, dass einige Menschen aus deinem Chat das anders sehen. Moin im Chat. Auf die nächsten 56. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Leute aus unseren Chats das anders sehen. Genau so die Aussage dazu, ja, also 10, 80, die reicht ja völlig aus. Also ich weiß, dass Leute halt auf, auf, auf PCs spielen mit noch einem, keine Ahnung, 4790, äh, K oder, und keine Ahnung, noch einer 970, GTX 970, wenn es hochkommt, ja. Also das, das ist schon, das ist schon Beschwerden auf, auf hohem Niveau. Aber ganz ehrlich, das mit dem Arbeitsspeicher, das, das sehe ich nicht, dass du unbedingt Abträge brauchst. Wenn das für den Flex brauchst, okay, kann ich nachvollziehen, aber. Ja, geht aber nicht auf der Plattform. Also kriegst du nicht auf der Plattform hin. Dafür gibt es keine Boards, gehe ich von aus. Du wirst keinen, keinen Ryzen 9 Board kriegen, wo das drauf geht. Müsstest du, wenn du gerade selber bei Geiz Hals geschaut hast, kennst du die Antwort ja schon. Ich schaue nicht bei Geiz Hals. Es gibt nur einen Laden, wo ich einkaufe, verstehst du? Geiz Hals ist aber besser für die Übersicht. Ich weiß, aber ich brauche keine Übersicht. Der Laden, wo ich einkaufe, der gibt mir genug Übersicht. Ich habe diesen Laden studiert. Boah, aber da hätte ich jetzt auch, ehrlich gesagt, da muss ich dir sagen, ich habe schon mal Bock drauf. Das würde ich, glaube ich, nochmal so richtig fühlen, dieses Upgrade. Der ist nämlich schon mit dabei. Also es ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon sehr alt. Schon alt. Also er könnte sich mal... Also ich kann dir sagen, der Unterschied bei mir gefühlt vom Threat Ripper 1950X, also der First-Gen Threat Ripper, zu dem Ryzen 5900X ist der, dass ich, dass diese Zipu der 5900X deutlich mehr Performance beim Encoden hat. Und ich meine mit deutlich, wirklich deutlich. Ja, das Ding ist aber, also jetzt mal wirklich realistisch gesprochen, Alex, ja, die Kiste hier, die lacht sich kaputt. Also immer noch. Ja. Ja. Dann brauchst du kein Upgrade. Dann machst du das nur, weil du da Bock drauf hättest. Ja, aber weißt du, was ich auch immer noch so richtig, was, also was wir, 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 lass mal ein bisschen fiktiv spinnen jetzt gerade, weil du baust das ja, du baust ja auch gerade das Ding zusammen, ne? Ich bin halt so, weißt du, ich würde halt so richtig hart fühlen, äh, vier, also, nee, drei Vierer HDMI-Capture-Karten da reinzuzimmern. Dann meine, meine Standard noch, die ich halt brauche von, äh, Dings hier, äh, die, die du auch drin hast, die für, äh, 4K, damit das da hin und her geht. Und ich würde halt auch gerne irgendwann mal diese Soundkarte da draus vernichten. Und ich bin momentan so auf dem USB-Ding hängen geblieben, dass ich auch gerne am Streaming-PC USB dran hätte. Aber da habe ich noch immer keine vernünftige Lösung gefunden. Sodass man, ich würde denen auch, ehrlich gesagt, mein, mein Gedankengang ist aktuell, dass meine Computer zwischen meinen beiden Arbeitsplätzen an die Wand kommen und dann die Kabel schön runterziehen, sodass das alles ein bisschen mal schnieke ist, weißt du, und man darf das auch mal ein bisschen präsentieren. Weil jetzt sage ich mal, meine, haben zwar Fenster drin und so und das sind aber eigentlich nur Arbeitsmaschinen. Also die sehen halt auch so aus. Da sind mehr Katzenhaare drin als alles andere. für lautstärkere Reduzierung. Aber ich würde das schon, ich habe jetzt, ich fühle mich von dir provoziert. Moinsen. Von mir? Ja. Hallo, wie kann das sein, dass du einen stärkeren Streaming-PC hast? Alex, ich bitte dich. Nein, Spaß beiseite. Also gönn dir wirklich. Schön, freut mich für dich. Aber ich habe auch echt, muss sagen, ich glaube, mittlerweile würde ich schon gerne nochmal upgrade. und der Dream wäre, also das Ding ist halt wirklich und das sage ich dir so, wie es ist, Alex, wenn ich umbauen sollte, dann geht das Ding auf den Heckentosch. Dann geht das Ding auf den Heckentosch drauf. Mit dem Nachteil, dass du Sachen wie die Elgato-Software darauf nicht mehr laufen lässt. das geht. Das geht. Elgato hat Elgato hat halt mittlerweile für Mac auch seinen Shit gemacht. Also ich habe den Cam Link, kannst du, ich gucke selber sogar danach, den Cam Link kannst du mittlerweile unter Dings benutzen. Warte, Mac, select your product, Cam Link, Pro, Scheiße, das geht noch nicht. Fuck. Fuck. Ja. Fuck. Oh, das wäre, ja okay, gut, da muss ich mal bei Tante Elgato anrufen. Hello, Senores, I want to use Macintosh, you know. Where is your driver? ohne Schein, ich sage dir so, wie es ist, Alex, wenn das rauskommt, mark my words, dann baue ich Heckentosh zusammen und dann steige ich um auf dem Streaming-PC auf Heckentosh. Weil dann kaufe ich mir eine neue Soundkarte, die unter HackOS funktionieren. Das Ding ist halt, weißt du, ich meine, man könnte ja, lass mal nochmal ganz, nochmal eine Runde weiterspinnen, okay? Lass mal noch eine Runde weiterspinnen. Lass doch mal einfach kurz bei Apple gucken, was Dings kostet. Lass doch einfach mal kurz gucken, was so eine richtige fette Maschine von Apple kostet. So ein Mac Pro, meinst du? So ein Mac Pro. Let's go. Mit Karten zum Austauschen. Wo sind wir denn hier? Kaufen. Yes, Sir. Lass mal kurz gucken. Mac Pro Okay, 6499 in der Standardausführung. Das ist schon mal ein stabiler Startpreis, so, ne? Hier, 28 Kerne mit einem Intel drinne. Schrauben wir mal rein. 32 GB Arbeitsspeicher ECC sollte ausreichen. Grafikkarte 5800X sollte auch ausreichen. Bauen wir mal ein Terabyte SSD ein, Apple Care brauchen wir alles nicht, Edelstahl, Standfüße, fick die Hände, Magic Mouse, behalte doch deine Scheiße und geh mir nicht auf den Piss. Dann sind wir bei sagenumwogenen 15.000 009 Euronen. Okay, fuck you. That's not gonna happen. Und das Ding ist halt, du weißt immer noch nicht, wie viel, wie viel blöde Scheiße du da... Oh, tatsächlich weißt du das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben PCI-Slots hast du da drin. Aber 15.000, ein paar kaputte. 15.000 Euro und du hast eigentlich nur Rotze da drin. Aus dem Weg, Geringverdiener. Das Ding ist halt ohne Scheiß, ne? Oh, Mann. Mich ärgert das so sehr, dass die Scheiße nicht auf Linux geht, Alter. Dann zimmerst du dir einfach Debian drauf und dann hast du halt einfach mal, die Hardware-Allokation ist viel besser. Aber ich, also okay, Jim, pass auf, ich, wenn, wenn dieser Stream hier vorbei ist, dann geht's los. Ich werde telefonieren, ich werde Sachen organisieren und dann mache ich Bauprojekt Hackintosh in very, very big und very, very mit ganz vielen dicke Eier. Okay. Als Streaming-Maschine. Ich schreibe, also damit wir irgendwann auch nochmal, dann unterhalten wir uns darüber mal. It's gonna happen. Ja. Jetzt hast du den T-Shirt, T-Shirt hast du weg jetzt hier. Enjoy. Also, also ich sag mal so, jeder, jeder Streamer, der sich ein Stream-PC hinstellt und dann überlegt, ja, was muss denn da rein und reicht denn da noch so eine ältere Kiste irgendwie? Ich hab da noch was rumstehen. Der kommt dann relativ schnell auf den Trichter. Ja, mehr ist besser. Vielleicht auch über die Grafikkarte hinkoden, aber warum sollte man dann sich ein Stream-PC hinstellen und so weiter und so fort. Wenn der dich hört, dass du, dass du unironisch diese Zahlen in den Raum wirfst, ne? Die fallen vom Glauben ab. Was für das? Das ist nicht da, was für das? Das ist nicht, 15.000. Also, okay, pass mal, darf ich dazu kurz was sagen? Klar. Okay, lass uns mal wirklich ernsthaft darüber reden, ja? Also, ich hatte vorhin zum Beispiel jemanden auch kurz am Anfang des Streams da zu Besuch und der hat mich gefragt oder er hat generell mit Menschen darüber gesprochen, was hier an Strom durchgeht, ne? Und, äh, das, ich weiß nicht, du weißt das bei dir ja auch, mein Büro ist so circa 100 Euro im Monat Strom. Nur Strom. Mhm. So. Oder ein anderes Beispiel und jetzt kommt wieder Flex Flex. Mir ist am Freitag, letzte Woche, ist mein Objektiv kaputt gegangen, weil das nicht mehr erkannt wird. Das ist halt mal die ganze Kamera ist bei der IEL-Toma runtergefallen und das Bajonett hat Probleme manchmal das zu erkennen, dann kannst du keine Blende mehr einstellen und so weiter. Und dann hab ich mir halt für 800 Euro ein neues Objektiv bestellt. So. Das Ding ist, dass du irgendwann für Geschäftsausgaben keine Relation mehr hast, weil in der Zeit, wo das Zeug nicht da ist, verdienst du nicht das Geld. Ergo, sind irgendwann Geschäftsausgaben in einem sinnigen Rahmen und sinniger Rahmen kann auch 15.000 Euro sein, einfach mal und das sag ich jetzt in Anführungsstrichen und mit Verlaub, sind einfach fucking Spielgeld. Für uns ist das kein Spielgeld, aber für mich zum Beispiel eine Ausgabe von 800 Euro zu tätigen oder 2000 Euro in die Küche zu stellen oder weiß der Geier, was alles reingestopft wird, sind für mich einfach in der Relation gesehen Geschäftsausgaben, die für mich wichtig sind, weil so verdiene ich mein Geld. Und das refinanziert sich ja. Wenn wir jetzt mal als Beispiel, als wirklich teures Beispiel das RIG nehmen, das RIG hat jetzt so, wie es da steht, zwischen 12.000 und 14.000 Euro gekostet, das habe ich schon lange wieder eingenommen. Also da laufe ich schon wieder plus minus null. Ich verstehe absolut, was du meinst. Also es macht auch keinen Sinn, darüber zu sprechen. Es macht keinen Sinn, zu sagen, was hast du da viel stehen, das frisst dir halt irgendwie viel Strom. Du sagst einem Maurer ja auch nicht, kannst du nicht ein bisschen weniger Zement nehmen, am Ende gehst du pleite. Nee, wenn der Maurer weniger Zement oder Beton oder was auch immer nimmt, am Ende steht das Haushalt nicht so. Das ist halt Quatsch. Eben. Keine Ahnung. Und das ist halt bei diesen Ausgaben, heute haben wir uns Autos angeguckt, ich zum Beispiel kann nicht verstehen, wie Leute sich für 100.000 Euro eine S-Klasse kaufen. Kann ich nicht. Aber es ist okay. Es ist cool, wenn jemand da Bock drauf hat und das für ihn eine gewisse Wertung hat, werte ich schon lange nicht mehr, was Menschen für Geld für irgendwas ausgeben. Ich glaube, das Autothema ist insgesamt auch sehr schwierig, weil es eine Menge Menschen gibt, die da über ihre Verhältnisse ein Auto kaufen oder bestellen, leasen, was auch immer, weil sie denken, das ist ein Statussymbol. Mich juckt es nicht, ob einer mit einer S-Klasse vorfährt oder mit einem Fiat Panda. Mir geht es ja nicht um das Auto, mit dem die Person dann hier anruckelt. Das ist am Ende des Tages scheißegal. Aber wenn du diesen Bock drauf hast und willst den neuen Chirocco fahren und willst ihn tiefer legen, dann hast du diese Idee im Kopf. Ich hatte mal die Idee im Kopf, ich will einen alten Käfer haben und dann wird das Dach abgenommen, wird so runtergesetzt, das Dach, also nicht Cabrios, aber schon deutlich flacher halt irgendwie und dann noch tiefer, breiter, ein bisschen böse. Ich hatte so ein Bild aus dem Netz gezogen, hat irgendein Ami umgebaut und ich dachte so, Alter, das musst du auch haben. Damals kannte ich ein paar Coastic-Haus-Riebauer hingegangen und gesagt, ist das machbar? Ja, klar, das geht schon, aber das möchtest du nicht bezahlen. Da fließen schon ein paar Stunden Arbeit rein und da habe ich dann relativ schnell verstanden, nee, richtig gejobbt und dann Vollgas, aber nicht so ein Hot Rod so, sondern richtig cool. Ich kann das schon verstehen, dass Leute Bock auf ein Auto haben. Ein Auto ist ganz, ganz schwierig damit einzurechnen. Ich habe gestern kurz darüber gesprochen, theoretisch bräuchte ich bei meiner Fahrleistung aktuell gar kein Auto, dann holt man sich vielleicht so einen kleinen Elektroroller, weißt du, so eine Vespa auf E-Basis, da gibt es richtig coole Dinger, mit denen du 50 Kilometer Reichweite hast, wenn es hochkommt, aber das ist scheißegal, weil zum hier und da hinfahren reicht das die man ein größeres Auto braucht, da lässt man sich ein Taxi kommen. Ja, nee, aber ein Taxi ist man ja so unflexibel. Ja, aber du hast mir nicht zugehört, das braucht man ja nicht jeden Tag, das benutzt man dann einmal die Woche, wenn es hochkommt und ich garantiere dir, ich wäre immer noch günstiger, als mir jetzt mein Auto zu leasen, Versicherungen, Sprit, Reparaturen, ne, bla, Geschäftsausgaben, Steuern. Aber ich möchte es nicht machen, ich möchte schon diese Flexibilität haben, jederzeit in mein Auto einzusteigen und mal eben irgendwo hinzufahren. So ähnlich wie du mit deinem IRL-Zeug, dass die Kiste in der Ecke steht, aber du kannst halt jederzeit mal eben kurz loslegen und ja, ich fahre jetzt an die See, schönen Tag noch, ich nehme euch mit. Ja. Finde ich gut. Das sind, ja, das sind, also, wie sind wir denn jetzt auf dieses Thema, achso, wegen den 15.000 Euro, ich meine, der Mac ist einfach fucking teuer so. Ich meine, mir musst du nichts sagen, also bis auf ein iMac habe ich halt alles hier so. Ich habe alles, alles von denen gekauft. Ich habe mir sogar Earpods endlich bestellt. Yeah. Das letzte Goodie, das habe ich mir jetzt noch gegönnert. Aber es ist halt, jeder hat so seinen Preis, habe ich so festgestellt und manche Menschen haben eine andere, andere Preislatte. Also, zum, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du bist ja, du bist ja selber, doch guckst ja, glaube ich, schon ein bisschen auf den Preis so. Bei mir ist, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, dass ich übermäßig verdiene oder super krass verdiene, aber das spielt bei mir echt keine Rolle mehr. Also, bei mir ist für die Arbeit, wenn ich mir ein scheiß iMac für 15 kaufen will, kaufe ich mir ein scheiß iMac für 15. Wenn ich das fühle, dann fühle ich das. Dann sage ich, Chad, hier ist euer Geld, ich habe mir für 15.000 Euro ein scheiß iMac gekauft, ole ole, Feuer frei, ab geht's. Keine Beschwerde, kein Gejammer, kein Mi, 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 du verdienst ja so viel mehr als ich oder so. Einfach nur die Aussage, ich könnte mir das nicht leisten. Ich kann das aber absolut nachvollziehen, wenn du was zum Arbeiten brauchst, dann weinst du nicht rum und ich bin auch Typ, ich habe lieber noch eine Grafikkarte hier liegen, wenn meine abbraucht, kann ich die sofort einbauen und sofort weitermachen und ich bin auch Typ, wenn du was für deinen Job brauchst, was nicht übertrieben ist, dann macht das auch absolut Sinn, das dann auszugeben. Aber es gibt halt auch da sehr viele Ausgaben, die du einfach nicht brauchst, wo man in so eine Falle tappt, so nach dem Motto, also da verwechselt man so dieses Haben-Wollen mit dem Brauchen. Und es ist völlig okay, dass du etwas haben willst. Es ist völlig okay, wenn du es dir leisten kannst, dir Träume und Wünsche zu erfüllen und so weiter. Aber wo du dann diesen Punkt überschreitest und in diesen Pfad gehst, dass du dir einfach einredest, du brauchst jetzt dieses Ding, ob es ein Auto ist oder eine neue Grafikkarte oder einen neuen PC oder whatever so, das ist schwierig. Das ist auch schwer rauszukriegen. Ich möchte übrigens nochmal sagen, ich wollte dich damit jetzt überhaupt nicht degradieren oder angreifen mit der Aussage, dass du etwas mehr... Nein, nein. Okay. Nein, alles gut, alles gut. Wir unterhalten uns so, nicht so. Ja, nein. Okay. Ob jetzt einer mit 2000 nach Hause geht oder 1500 nach Hause geht oder wenn man mit 15.000 nach Hause geht, das habe ich doch kein... Ich bin so... Ich habe früher auch Futterneid gehabt, ne? Also als ich noch, ich sage mal, in meinem letzten Leben war so unterwegs, Mit dem Business davor. Aber ich habe so unfassbar keinen Futterneid. Wenn einer mich nach einem Werbepartner fragt, ob man Kontakt nicht mehr herstellen kann, dann mache ich das so. Und wenn ich ihm irgendwie ein bisschen helfen kann und der ist mir nicht gerade unsympathisch, dann helfe ich ihm auch so, ne? Gar keine Frage. Aber ich fasse solche Sachen nie irgendwie auf als hier Flexe und ich verdiene ja so viel mehr Kohle als du. Das ist egal. Ich wollte das auch für Chat und die Allgemeinheit sagen, weil das Ding ist... Digga, ich habe mir eine 3090 aus Versehen gekauft. Entschuldige bitte. Okay? Also ich habe auch einen Polster und ich kann sowas auch machen, aber das war keine Absicht. Ich bin fest davon ausgegangen, der Kauf kommt eh nicht zustande. Das aus Versehen hat mir gut gefallen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wir haben auch schon drüber geredet hier im Stream, im Hardcast. Nvidia verkauft ihre Founder Edition in Deutschland nur über Notebooks billiger. Ich weiß, das ist nicht dein Shop, aber die haben mit denen einen offensichtlichen Deal. Und sobald bekannt wird, dass die Karten da gerade gedroppt werden, also verkauft werden, gibt es ganz viele Webseiten oder Discords oder selbstgeschriebene Skripte, mit denen man sich informieren lassen kann. Und ich habe das über den Discord Part Alert gemacht. Ich kenne eine Menge Leute, die benutzen hier Preischamp, diese Webseite von MaxFPS und ähnliches. Wir haben ja vorhin erst drüber geredet, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Jedenfalls, ich habe das ein paar Monate lang versucht, eine 3080 zu bekommen. Und die Webseite bricht innerhalb von Minuten, von Sekunden halt zusammen. Du landest in so einer Balancing-Webseite, so von wegen so, oh, oh, wir haben gerade ein bisschen viel Traffic, da müssen wir erst mal kurz ein bisschen warten, du bist in der Warteposition. Und ich habe bestimmt viermal versucht, eine 3080 zu kaufen und es hat nie geklappt, weil eine Webseite hat zusammengebrochen, Timeout, dies hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Und dann kam eine 3090-Founder raus und ich dachte so, ja, die kriege ich ja eh nicht. Und selbst wenn, naja, ist ja nicht so schlimm. Und dann ist die Bezahlung durchgegangen und ich kriegte zwei Stunden später eine Auftragsbestätigung, so, hallo, Ihre Karte, Sie haben ja gerade eine gekauft. Da dachte ich auch so, trittst du jetzt vom Kauf zurück oder nicht? 1500 Euro für eine Grafikkarte ist echt zu viel Geld. Ist so. Auch wenn es die größte Karte von Nvidia ist. Und sie ist geil, keine Frage. Also, ich meine, du hast, ich brauche den Speicher nicht da drauf. Ja, 24 GB VRAM, aber ich, also, ne? Ich sag's dir so, wie es ist. Ganz klar. Haben ist besser als brauchen. Bei mir ist das jetzt so eine Kiste, ich hab meine anderen Auskünfte, die ich jetzt, Ausgaben, nicht Auskünfte, meine anderen Ausgaben, die ich jetzt gemacht hätte, wie anderen Monitor, dies, das, blablabla. Das hab ich hinten angestellt und das landet, ich spare solche Sachen dann halt ein bisschen an, wie jeder. Und wenn das dann zum Tragen kommt, dann muss ich diese Ausgaben jetzt halt ein bisschen später machen. So, ich hab jetzt für meine Verhältnisse dieses Jahr viel Geld für Hardware ausgegeben. Es gab Jahre, da hab ich deutlich mehr Geld ausgegeben, aber für den Moment hab ich jetzt genug Geld ausgegeben und jetzt mach ich halt wieder den ganz normalen, ich brauche nicht mehr als das, was ich jetzt habe zum Streamen und zum Machen. Ich guck jetzt noch mal so ein bisschen in das IRL-Ding halt rein. Da hab ich noch so ein paar Ideen, was ich mal ausprobieren möchte und naja, schauen wir mal. Nee, aber das Thema, so das Thema hier, du kennst das doch selber, wenn man anfängt zu streamen und dann vergleicht sich so mit Leuten. Ja, warum hat der denn mehr Zuschauer als der und warum, das hatte ich früher auch. Da kann sich keiner von wirklich freisprechen. Es gibt Leute, die sind von ihrer Art sehr offen und die können sich auch für andere Menschen freuen und dann gibt's halt so den Großteil, der, gerade wenn man sich so nicht so gut leiden kann, dann eher mal so in dieses Negativ verfällt, so dieses so, ja, wieso gucken bei dem Vogel so viele Leute zu? Ob das dann, so die klassischen Beispiele, Monte, Elotrix damals und wie sie alle heißen, da gibt's ja auch sehr viel Unverständnis in dem Bereich, aber das ist egal. Das sind nicht deine Zuschauer. Du hast keinen Nachteil dadurch, dass es anderen Leuten besser geht. so und ein klassisches Beispiel ist, du bist ein Streamer und du raidest jemanden, den du vielleicht nicht so kennst und auf einmal siehst du, dass ein paar Tage später bei dieser anderen Person dann deine Leute zuschauen und dann kannst du dich natürlich fragen, hm, liegt das jetzt an dem Streamer? Hat der die mal meine Zuschauer geklaut oder bin ich einfach vielleicht ein bisschen langweiliger? So, weißt du? Aber es ist egal. Ich finde auch die Regeln, dass man im Chat nicht über den Namen von anderen Streamern erwähnen darf oder so, weil es sonst als Werbung genannt wird. Ich mache die Leute eher an, wenn sie schreiben so, ja, da gibt es diesen Streamer, der macht das so und so. Ich finde das kacke, weil ich dann immer nachfragen muss, um wen geht's denn da? Ich will's doch selber wissen. Schreib doch bitte den Namen in den Chat, Mann. Ich hab das nicht. Ich hab da sogar, ohne Witz, ich hab da wirklich keinen Futterneid. Wenn ich einen Job nicht kriege, dann krieg ich einen Job nicht. Wenn Menschen lieber bei dir zugucken als bei mir, dann sollen sie bitte bei dir zugucken. Das ist völlig okay. Und wenn einer sagt, ich bin ein arroganter Idiot, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so mit dem Alter gekommen ist oder so, sich dadurch das kristallisiert hat, aber also, ich bin so an dem Punkt wirklich angekommen, wo ich nicht einen einzigen Fick darauf gebe, über was mit anderen ist und was irgendeiner zu mir sagt. Also es gibt Momente, da gehe ich sehr reflektiert mit Kritik um, wenn es so aus dem engeren Kreis kommt. Aber mir ist das so scheißegal, was Leute schreiben mittlerweile. Und auch sagen, das sollte einem auch egal sein, weil was will irgendein random Text aus dem Internet schon von dir? Ja, manchmal erwischt einen so ein Text, weil du dann so ein bisschen beim Lesen, beim Selbstreflektieren dann vielleicht so dieses, ja, da ist was dran, hast. Okay, das habe ich auch. Natürlich, also davon bin ich natürlich nicht gefreit. Ich bin kein perfekter Mensch. Aber es gibt so viele Tröten da draußen, die, ich habe heute gerade schon wieder auch einen, also, da ist ja mittlerweile schon Entertainment, die Leute zusammenzufalten. Aber so grundsätzlich Futterneid zu haben, warum? Also wofür? Wenn Leute bei dir nicht zugucken, bist du scheiße. Wenn Leute bei dir nicht reinstappen, bist du auch scheiße. Das ist dein Content-Kacke. Also halt das Maul. Ganz einfach. Ist so. Es ist wirklich so. Du kriegst das, was du verdient hast. Wenn du es nicht kriegst, hast du Pech gehabt, dann halt die Fresse. Dann musst du halt ein bisschen mehr machen. Und das sind so ganz knallharte, ganz knallharte Sachen. Also auch, wenn jetzt immer, sage ich mal, junge aufstrebende Content-Creator kommen und bei mir guckt keiner zu und dies und das und das funktioniert nicht. Und jetzt? Was erwartest du jetzt? Soll ich dich jetzt den ganzen Tag raiden und hosten? Wenn die dich vorher schon nicht gefunden haben, werden sie dich so auch nicht finden. Und bei dir auch nicht zugucken. Da kannst du halt jeden x-beliebigen Menschen irgendwo hinraiden. Wenn die da keinen Bock drauf haben, haben die da keinen Bock drauf. Du wirst auch Zuschauer haben, die nur ausschließlich die gucken, weil sie andere Leute einfach nicht mögen. Wen interessiert das? Wenn irgendwas nicht läuft, was dir nicht gefällt, als Zuschauer, naja, was denn? Diese ganze Circle-Jerk-Blase, wo Menschen immer so Hi! Und dann hinten rum, Boah! Was für ein blöder Ficker! Ach, die sollen alle mal älter werden. Wirklich, die sollen mal in den 30er-Jahren kommen, weil mit 30 bist du froh, wenn du morgens ausstehst und nicht ganz so wie eine verfickte Kartoffel aussiehst. Da machst du dir nämlich gar keinen Kopf darum, ob morgen Alex was streamt, wo er mir irgendwelche Zuschauer wecken oder Menschen nicht gucken. Ne, ja, ja, ich bin noch mit Dizzy. Ja, wegen den Klicks. Ja, ja. Ne, ne, stört gerade nicht. Ah, ja. Jetzt habe ich aber voll vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Es ging bestimmt um den Mac. Ne, ich glaube nicht. Du hast irgendwas gesagt und ich wollte darauf irgendwas antworten, irgendwas Hardware-Technisches. Tja, das, da bin ich jetzt nicht im Thema. Aber was, was man mal ganz klar so sagen muss, solange du überlegst, hole ich mal eben kurz aus, was man ganz klar so sagen muss, gerade Thema Encoding und gerade technische Möglichkeiten, das ist in den letzten fünf Jahren hat, ist das so unfassbar stärker und besser und toller geworden. Wo du früher dir halt noch so behelfsmäßig Sachen zusammengeschraubt hast, die auch funktioniert haben, aber echt eine Menge Geld gekostet haben, kannst du halt heute, keine Ahnung, hier von Apple zum Beispiel, der M1-Chip, du kannst heute einfach mal mit dem Mac Mini passiv gekühlt könntest du dir einen Stream-PC bauen, wenn du damit klarkommst, dass alle deine angeschlossenen Komponenten, Capture-Karten und so weiter USB sind, über USB angebunden sind, so, ja, weil du kannst ja keine PC-Express-Karte einbauen. So, und das Ding schaufelt das halt einfach mal so weg, weil Apple da was Geiles gebaut hat. Und das sage ich als nicht Apple-überzeugter Mensch. Ich verstehe das. Also, ich möchte auch meine Mac-Station haben, so, ne? Ey, jetzt habe ich jetzt bin ich wieder eingefallen. Entschuldigung, dass ich ohne Ja, hau rein. Was kostet der überhaupt? Der Mac Mini? Das weiß ich nicht, das weißt du besser als ich. Ich würde tippen, der fängt so bei 700, 800 Euro an, I guess. Also, ne? Aber ich weiß es nicht. Also, ich weiß es, ich müsste es wissen, weil es mir mal jemand gesagt hat, aber ich habe die Information sofort wieder vergessen. So, im Chat bei mir steht, so ab 700. Ich klicke. Du klickst. 1029, der Big Boy. 1200, der Biggie, Biggie, Big Boy. Ja, wie gesagt, Nachteil ist die Aufrußbarkeit, ne? Mir blutet so das Herz, wenn ich das immer lese. Ehrlich? Ey, ohne Scheiß, ich habe ja nur schon wirklich Jahre, Jahre, jetzt bin ja Mac-User, aber also die, boah, die Preise, Alter, das ist so, da ziehen sich, da ziehen sich wirklich, da zieht sich alles im Hodensack zusammen, echt. Okay. Ja, so 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, einfach mal so schlappige 230 Flocken auf Preis. Ja, that seems legit. Aber zurück nochmal zu dem eigentlichen Punkt. Ich habe mir dieses Jahr, habe ich mir auch gesagt, Alex, Mann, Nils, du hast echt schon viel Hardware gekauft. Wie wäre es denn mal? Bist ja gerade umgezogen, machst du mal was für eine Wohnung. Machst du mal was schick hier. Hängst du mal ein paar Bilder an der Wand, kaufst dir vielleicht mal ein ordentliches, ein großes Sofa und mal ein Pernseer, dass du dich da hinprügeln kannst. Na klar, klingt super. Simracing angefangen, alles geht nach oben, zahlen, tippitoppi, Leute zappen rein, trinken, ballern rein, denkst du so, geil, Junge, jetzt zieht's ab. Guckst du in die Küche? Scheiße, wolltest du ja in die Küche streamen, ne? Ey, let's go, lass uns auch mal die Küche kaufen. Juhu. Oh was, am Racing Rack müssen wir auch noch was ändern? Na klar, neue Pedale kaufen. Juhu. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Ich wollte dieses Jahr nichts mehr kaufen. Ich schaff's nicht. Und immer pass auf, und jetzt kommt ja, jetzt kommt die, Entschuldigung, jetzt, das hat jemand reingesappt und ich war verwehrt gerade. Und jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Ich hab wirklich gesagt, Chat, ich hab euch echt lieb, aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich euer Geld nicht mehr dafür ausgebe, Hardware zu kaufen, weil jetzt wird's unsinnig. Weil ich wirklich an einem Punkt angekommen bin, wo ich selber zu mir sage, es wird einfach unsinnig. Außer? Nee, nicht außer. Du willst Prodiak, Prodiak & Tush auf die Beine stellen. Ja, okay, da sind wir noch dabei. Da sind wir noch dabei. Aber vielleicht verwehrt diese Schnaps-Idee auch einfach wieder ab. Ich verstehe, verstehe, ja. Soll ich ja sagen, wie ich meinen nächsten, okay, erzähl, warte, du warst zu Ende. Hold your thought, ich bin gleich fertig. So, jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Ich sitze in meinem beschissenen Racing-Grick, bin so glücklich, dass ich das erste Mal seit acht Jahren für mich entschlossen habe, ich wirtschafte in meine eigene Tasche. Okay? Und dann sitze ich an meinem Racing-Rick mit meiner beschissenen scheiß Kamera und dann geht das Objektiv kaputt. Alter, Jim, da hing halt wirklich für 1,5 schleifenden Objektiv dran, ja? Und du weißt ja, wie das ist, man will ja nicht durch schlechtere Sachen austauschen. Und dann guckst du das Ding an und denkst so, du willst mich doch verarschen, Karma, halt doch deine Schnauze jetzt, ich will jetzt gerade nichts kaufen. Und dann sitzt du da und dann machst du hier dieses Pancake-Objektiv von der Standard 5100 auf eine Vollformat-Kamera mit reinzoomen und so. Nein, nein, nein. Mit Blende 3,4, mit ISO 4000 an und so. Ich so, Alter, Chad, das geht nicht, ey. Es tut mir leid, das geht, ich kann das nicht. Das geht, also wirklich, es geht nicht. Internet auf, reinen Warenkorb kaufen, zwei Tage später war es hier. Ey, ich hasse mich dafür. Weil von dem Geld hätte ich mir eine ordentliche Couch kaufen können oder irgendwas anderes für was Schönes im Leben, weißt du? Es regt mich so auf. Ich hoffe echt, dass hier jetzt demnächst nichts kaputt geht. Ich will nichts mehr kaufen fürs Büro. Naja, aber guck mal, wir haben ja schon den 29.07. Also das Jahr ist ja so gesehen technisch schon fast rum, ne? Ja, aber ey, Alex, du weißt selber, irgendwann ist es vorbei, so. Irgendwann muss das auch mal an einem Punkt sein, wo du sagst, ey, es reicht jetzt. So nach dem dritten Lamborghini sagt man auch so, mhm, all righty. Und ich sag mal so, das ist hier schon halt ein Lamborghini-Format, verstehst du? Und alles, das Ding ist, ich liege abends im Bett, ich weiß ja, bist du wahrscheinlich auch so und dann philosophierst du immer so, ja, das kannst du noch machen, das kannst du noch machen, das kannst du noch machen und dann schreibst du das schön so auf äh, schreibst du das alles so in deine Listen und dann stehst du morgens auf, nein, kein Geld, nein, 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 irgendwann mal, irgendwann, 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 ja, geil, die Couch kommt immer näher. Ach, fuck my life, ich kauf noch drei Kameras für die Küche, let's go. Ach, das Standardobjektiv in der Küche ist auch scheiße. Na, das können wir auch wechseln. I hate my life. Soll ich dir sagen, wie ich meinen nächsten Küchen-Stream machen werde? Also, ich und eventuell, wenn wir das zu zweit machen, hat als Mikro das Rode Wireless Go, weil der Sound damit jetzt ja auch deutlich besser ist. die Main-Kamera ist mein iPhone, das ich auf einen kleinen Stativ stelle, damit ich das immer mit überall hinziehen kann. Also, es ist kein festes Objektiv, also, es ist keine feste Kameraposition, sondern es ist komplett wireless, es läuft stundenlang über die Elgato Epoch Cam. Das ist übrigens eine App, die benutze ich irgendwie jeden Tag, das ist kein Witz und ich finde es super. Damit ich halt, hier schneide ich was, da mache ich was, da laufe ich mal kurz in meinen Kühlschrank und zeige mal, so, so Zeug halt. Und dann nehme ich mein altes OnePlus Handy und das hänge ich sozusagen seitlich an die Wand und das filmt dann sozusagen noch ins Profil rein. Also, komplett wireless und greife das dann mit meinem PC, Stream-PC, Game-PC wieder dann halt ab und habe das halt in einer Szene drin. Ganz easy. Super easy. Und das reicht für mich völlig aus. Ich verstehe, dass du diesen Studioanspruch hast und ich feiere das total, aber ich brauche das für mich nicht mehr. Also, ich habe auch in meiner Küche einen alten PC eingebaut und habe auch einen, wenn du den Schrank aufmachst, ist der Monitor quasi in die Tür quasi eingebaut worden und ich habe die ganzen Kabel durch die Schränke gezogen. Da hat man mich auch für verrückt erklärt, dass ich die neuen Schränke direkt Löcher durchbohre und dann machst du ja nicht nur so ein kleines Puppelloch, weil du musst ja einen Stecker durchziehen, so einen HDMI-Stecker oder was auch immer. Also machst du auch immer direkt solche Löcher, mit so einem Kreisbohrer. Wie heißen die Dinger denn? Kreisbohrer, glaube ich. Kreislochsäge? Lochkreissäge? Ne, Lochkreissäge ist was anderes, glaube ich. Ne, Lochkreissäge. Und dann durfte ich mir am Anfang, als ich das dann auch, das habe ich ja im Stream gemacht mit so einem alten Akkuschrauber, wo dann der Akku auch andauernd leer war, so und ja, das musst du aber anders machen. Nein, da blutet mir das Herz. Und dann denke ich so, warum denn? Das ist doch meine Küche. Ich kann mir die neu kaufen oder die Löcher sind sowieso da, wo man es eh nicht sieht. So ist doch scheißegal. Dann habe ich schon die Löcher, die Kabel durchgezogen, habe das eine Zeit lang benutzt, aber ich glaube, jetzt mache ich das doch anders. Und das dritte Handy, und das sind halt so alte Klamotten, das ist halt hier noch so ein Nexus 5X, das ist halt für den Chat. Da machst du dir halt beispielsweise die App Dank Chat auf und kannst halt alles schön sehen. Reicht. Das Einzige, was ich noch nicht habe, und da werde ich wahrscheinlich auf die Stream Elements Companion App zurückkommen, dass ich darüber dann auch die Alerts höre. Dafür ist die mega geil. Ja, ja. Aber die kann man auch im Hintergrund laufen lassen, ne? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Da ist aber auch Chat drin, ne? Ja, true. True. Aber die Dank Chat App ist cooler. Die kann nämlich halt auch so, so die ganzen Emotes und animierten Emotes und Franker's Face und so, weißt du? Das können die anderen, glaube ich, auch. Ich werde das mal ausprobieren. Guck mal, ja. Ich glaube, es geht. Ja, das mit dem Studioanspruch nervt mich manchmal auch ein bisschen so, aber ich habe damit halt irgendwann mal angefangen. Ich könnte nichts mit Handy und EpoCam und also. Ja, ja. Ich finde das cool so. Ich finde das echt geil. Äh, ich weiß nicht. So richtig geil. Fällt mir gerade ein. Wir können ja dann demnächst mal so einen Mittagsschlafstream machen mit EpoCam. Obwohl, nee. Brauchen wir gar nicht. Wir können einen ARL-Rucksack benutzen und stecken den ins WLAN. Das geht auch. Ey, Jim, ich benutze auch EpoCam. Guck mal. Ich habe einen ganzen Rucksack und eine Sendeinheit dabei, Alter. Das traue ich dir sogar zu. Haben wir schon gemacht. Also beim Wohnungszusammenzimmern und so habe ich das auch gemacht. Ja, ja, das habe ich mitbekommen, dass du das mit dem... Dafür ist es ja auch super, ne? Also das ist ja kein... Das ist ja dann nicht unnötig oder sowas. So, ja, da hättest du auch dein Notebook kommen nehmen müssen. Ja, aber das Notebook musst du ja auch erst mal einrichten, fertig machen, aufbauen und so. Und bei dem ARL-Ding ist ja alles schon drin. Also warum nicht Gas geben da, ne? Ey, Jim, mark my words jetzt. Ehrlich, dieses Jahr eigene Tasche und so. Ey, mal live. Ich schaffe das nicht, Jim. Ehrlich nicht. Ich habe... Das war das Schlimmste. Also das ist wirklich das Schlimmste an meinem Job, dass ich mir die Scheiße halt einfach kaufen kann und mir das immer schönreden kann. Ja, ich brauche das ja für die Arbeit. Ich brauche noch die 30.000. Das ist das Honigcamp. I hate it. Ich habe fünf Stück davon zu Hause mittlerweile. Und anstatt halt mal umzubauen, ist halt der Anspruch mittlerweile so, und ich bräuchte noch eine, eine Sony bräuchte ich noch für die Küche, um noch eine Kreuzkamera zu haben. Ja. Man könnte die Epoch-Cam nehmen, aber das würde nicht passen mit dem HDMI-Videomischer, der in der Küche auf der Dings liegt. Oh Mann, ey. Es ist einfach so doof, wenn man diesen Strudel so runtergeht. Ja. Das stimmt schon. Und wenn Big Brother mal irgendwann eine neue Staffel-Folgen drehen will, dann können die das halt bei dir machen, ne? Ach, hör auf, Jim, ey. Hör bloß auf. Also ich meine, ich habe echt schon angefangen, günstiger einzukaufen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel meine, meine hintere Kamera beim Racing Seat ist eine 6100, also relativ in Anführungsstrichen günstig und 200-Euro-Objektiven nur in Anführungsstrichen drauf. Aber es ist halt, summiert sich dann, wenn du dir mal nur überlegst, also du hast jetzt, du hast eine Kamera und du benutzt deine Telefone. Nein, nein, nein. Ich habe die 5100 zweimal, da habe ich einmal das 1.6er-Objektiv drauf, das Contemporary, keine Ahnung, also das, was ja gefühlt alle haben. Dann habe ich die 5100 auch ein zweites Mal gekauft als Backup und zum Ausprobieren, zum Testen. Das ist so meine Sidecam, sage ich mal, die mich so von der Seite dann so aufnimmt, damit man halt da noch einen zweiten Winkel hat. Das finde ich cool. Dann hatte ich, ja, das ist auch ganz witzig, wenn man dann so im Gespräch dann nochmal so eine, ne, also, ich mag das so, ne? Ja. Die könnte das auch easy ersetzen, gebe ich dir recht. Mit der Elgato-Cam hatte ich ja so meine Probleme, ne, und jetzt, heute läuft es dann problemlos, gestern auch, weil wir das Kabel ausgetauscht haben. Heute habe ich das Kabel wieder zurückgetauscht und sie ist auch wieder nicht eingefroren, aber das ist ein anderes Thema. Dann hatte ich hinter mir immer noch an der Wand stehen eine Legrea Mini X, die dann sozusagen so die Totale von hinten nochmal so einfängt, dass man, wenn man, keine Ahnung, gehst, anstatt in eine Pauseszene zu gehen, gehst du halt in die, die, dass man sich hier so ein bisschen umgucken kann, sowas in der Richtung oder halt für, wenn du mal am Schrauben bist, dann holst du die ran, die stand auf dem Objektiv, kann man auch bewegen, so ist es nicht fest eingebaut, ne, sowas in der Richtung und dann hatte ich mir noch geholt die, ähm, die Action Cam, die Sony Action Cam, die ihr für die IRL-Streams immer benutzt habt. Ja. Ne, die, die habe ich auch ein paar Mal benutzt und die möchte ich eigentlich auch draußen benutzen, ähm, wenn es geht, über irgendwie, keine Ahnung, Cam Link an Notebook angeschlossen oder solche Spielchen, ähm, aber ja, also ich habe jetzt nicht so viel Geld in die Hand genommen für Kameras und, äh, in dem, in dem Bereich, aber, äh, ein bisschen schon. Ich bin, ich, ich, ich bin einfach in diesem Alpha Club. Ich liebe dieses Alpha Symbol. Verstehe ich. Ja. Kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe den bescheuerten Einkauf für meine Facecam gemacht, Ende letzten Jahres. der war so dumm. Warum? Ich habe mir eine 6100 kaufen können für 400 Euro. Mhm. Aber mein Pullermatz hat eine 6400 für 1200 Euro gekauft. Wie läufst du denn wenigstens damit draußen rum und machst Fotos? Nein. Die steht hier auf dem Stativ, da, wo du mich gerade ansiehst. Mhm. Ja, sieht schön aus, ne? Äh. Meine Fotokamera ist übrigens meine Facecam mittlerweile für Racing Creek, Alter. Ich habe da drüben halt einfach, okay, flex, flex. Ich habe da drüben halt einfach mal eine 4000 Euro Facecam. Und das, also das ist schon für mich, bin ich ganz ehrlich, weird. Mhm. Kann ich verstehen. Das ist für mich schon weird. Und das ist auch der Punkt, das ist auch der Punkt, wo ich innerlich, wo mein innerlicher Monk, und nur, also wir sind ja, wir sind beide unter uns, das ist ja auch ein therapeutisches Gespräch, was wir hier führen, auf Dauer, ja? Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, Alter, nee, scheiße, ich kaufe mir jetzt eine Sony 6100 für 400 Glocken und tausche die einfach aus. Weil das ist absolut an gar keiner Stelle reasonable. Weil jedes Mal, wenn ich da rüber gucke und ich sehe da einfach eine 4000 Euro Kamera hängen, dann so mein innerlicher Schweine und sagt mir so, oh, nee, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Nein, oh, der Sensor. Oh Gott, meine gute Vollformat-Kamera. Aber auf der anderen Seite, der innerliche Monk sagt dann auch, ja geil, eigentlich können wir uns ja dann auch eine neue Fotokamera kaufen, wenn die da eingebaut ist oder nicht. Also ich meine. Ja. Ey, solche... Und wie fühlst du dich dabei? Richtig scheiße. Okay. Es gab eine Zeit, ohne Scheiße hätte ich Check gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine neue Kamera. Aber jetzt sage ich mir so, na, lass mal, wir haben so viel mit Alex gesprochen dieses Jahr, lass mal ein bisschen, lass mal ein bisschen sinnvoller handeln. Also ich verstehe das, dass du sagst, diese Kamera hat absolut keinen Sinn, außer du hast in dem Moment eine gebraucht und die hat sich angeboten und deshalb war es okay, sie da hinzudecken. Und ich verstehe, dass du sagst, 4000 Euro für eine fucking Facecam in einem Racing Rig, no, das darf nicht, das ist scheiße und du möchtest auch das Ding nicht im Dauerbetrieb laufen lassen, right? Ehrlich gesagt ist das Arbeitsmaterial, dann ist mir egal. Aber, jetzt müsstest du, um das zu korrigieren, nochmal Geld ausgeben. Ja. Das ist nicht so cool. Naja, aber ich würde sie zumindest schützen. Das ist mein Baby, das ist meine wirklich erste, die war schon überall Alex, Mann, die hat schon so viel gesehen auf dieser Welt. Also, aber pass auf, es ist ja auch schon wieder, ach Mann, Alex, die Probleme gehen ja weiter. Die Probleme gehen ja weiter an dieser Stelle. Das ist eine Vollformat-Kamera. Das andere wäre ja APS-C und 24 Millimeter APS-C ist nicht gleich 24 Millimeter Vollformat. Das heißt, ich müsste mir jetzt eine 5000, eine 6000, 100 kaufen, nee, eine 6000, Entschuldigung, eine 6000 kaufen und dann darauf wieder das Sigma draufschrauben, damit wir wieder bei derselben, beim selben Bildausschnitt sind. So, und da geht das Geficke ja wieder los. Weil dann bist du ja wieder bei 700 Euro für eine Facecam. Das ist echt problematisch. Da sind wir uns beide einig, dass das problematisch ist, oder? Das ist auf jeden Fall problematisch. Gut. Ich finde das halt immer sehr interessant, wenn man dann mal bei so dem ein oder anderen Ami-Streamer halt reinschaut, der halt einen Logitech C920 benutzt und dem 20.000 Leute zugucken. Und weißt du, also, fangen wir mal unten an. Fangen wir mal unten an. Wenn du ein neuer Streamer bist, es guckt dir keiner mehr zu, also es guckt dir kein einziger Zuschauer mehr zu, nur weil du halt das beste Equipment hast. Richtig? Ja. Und dir guckt auch jemand zu, wenn du beispielsweise dich einfach nur mit deinem Handy streamst. Wenn der Content stimmt und wenn die richtigen Leute dich finden und sehen und vielleicht auch teilen oder was auch immer, so, dann kannst du halt auch mit dem letzten Crap-Handy halt irgendwie witzig sein und es gucken dir halt echt eine Menge Leute zu. Ich verstehe aber, dass der Anspruch bei dir so diese Studioqualität ist und in diese Richtung so geht, aber da hört es bei mir dann auch auf. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier eine zweite Station hätte, aus welchem Grund auch immer, ich habe ja selber noch so ein scheiß Lenkrad, aber ich habe kein Interesse mehr nochmal so ein Rig oder sowas aufzubauen, das ist einfach nicht meine Welt. Aber wenn ich aus welchem Grund auch immer noch mal eine zweite Station hätte, dann würde ich halt hier mit meinen Möglichkeiten, ob das dann eine Epoch-Cam ist oder mit einer Kamera, die ich schon habe, daneben stellen, das würde ausreichen. Vielleicht besser ausgeleuchtet, vielleicht nochmal mit dem Ringlicht oder irgendwie sowas, aber bezahlbar, weil ich halt für mich auch sehe, deshalb, also das brauche ich nicht, also in dem Sinne. Es ist für mich dann unnütz. Aber es ist okay, ich respektiere das. Wenn du das für dich brauchst und das für dich dann Arbeitsmaterial ist, why not, ne? Du willst gar nicht wissen, wie oft, also wirklich, du willst gar nicht wissen, wie oft ich mittlerweile anfange, dagegen anzukämpfen, weil das halt wirklich in einem Bereich ist und das gebe ich sehr offen und ehrlich zu, wo es einfach, der Anspruch viel zu hoch ist. Also der Anspruch zu sagen und ich ziehe mich damit selber durch den Kakao, also für euch ist es flex flex, ich ziehe mich selber durch den Kakao, aber den Anspruch zu haben, dass eine Kamera hinten am Sitz festgeschraubt ist, die andere Menschen nicht mal als Facecam benutzen, damit ich in acht Stunden Stream vielleicht zehn Minuten in guter Bildqualität von hinten meine Monitore filmen kann, ist einfach so super, super, super dämlich. Also wirklich, das ist auf einem Level der Dämlichkeit, wo mein Vater, wenn es nicht meine Arbeit wäre, der würde mir so eine durchs Gesicht wischen. Also jeder Mensch, der hier reinkommt, dem ich das erkläre, was Dinge für Funktionen haben, der schüttelt mit dem Kopf. Und an dem Punkt bin ich aber auch mittlerweile angelangt. Aber ich habe auch irgendwann die Büchse der Pandora geöffnet, zu sagen, Maga, im deutschsprachigen Raum gibt es keinen, der bessere Qualität pumpt als dieser Stream. Und das ist halt so mein Anspruch, wo ich sage, sorry, aber da wird nicht diskutieren. Und ich glaube, ich darf noch oben mitspielen. Vielleicht bin ich nicht so bekannt, aber ich darf noch oben mitspielen. Ja, verstehe ich. Ich hatte diesen Punkt mit dieser Qualität mehr und stärker und besser und so weiter, als ich die Sachen angefangen habe aufzubauen. Als ich weggegangen von den USB-Kameras und dann geguckt habe, was kannst du denn überhaupt so machen? Und dann hatten die ersten Leute schon die Sony 5100. Das war ja zu der Zeit, war das so die Way-to-Go-Cam, weil man Akku-Dummy dran, vielleicht ein anderes Objektiv, aber braucht man halt erstmal nicht. Du bekommst wesentlich weniger Licht aus, Bildqualität ist auf einmal 1000% geiler als jede Webcam, bezahlbar, in Anführungszeichen und so weiter. Und dann war ich zufällig gerade in dem Moment auch in einem E-Sports-Studio. Ich weiß nicht mehr, ob das die ESL One war in Köln oder irgendwas anderes und die hatten solche kleinen Camps, die per STI angeschlossen waren. Kabellänge war da ja auch ein wichtiges Kriterium für die, weil die Regie halt ein paar Räume weiter war und solche Sachen. Und da war STI halt einfach die beste Wahl. Dann habe ich so geguckt und habe mal so ein bisschen mit so einem Typen von der Technik gesprochen und ich so, oh, was ist das denn? Was ist das denn für Camps? Und dann hat er mir einen Namen genannt, kannte ich halt nicht und da kommt noch ein Objektiv drauf und das waren halt alles solche kleinen Dinger. Es war so ein klein, sieht aus wie eine längliche GoPro mit so einem kleinen Mini-Objektiv da drauf, aber die Bildschicht sieht halt wirklich Bombe aus. Und dann sagt er so, ja, die Camp kostet 1200, da kommt das Objektiv drauf, dann brauchst du halt noch eine Capture-Card, SDI, wir haben ja hier so und so viele Plätze, bla bla bla, dies, das. Und ich so, äh, bitte was? Und da war für mich klar, diesen Bereich brauchst du halt nicht, weil, warum, ne? Und du gehst halt eher so auf diese typische Konsumertechnik. So, und damit bin ich bisher auch sehr gut gefahren. Wir haben vor allem vor ein paar Wochen mal, als ich mal ein paar Probleme mit einer Kamera hatte, lag aber in einem Akku-Dummy, by the way, ähm, auch kein Originalteil, auch wieder so ein Billig-China-Böller, ähm, haben wir mal grob ausgerechnet, wie viele Stunden Betriebszeit ich auf dieser Kamera schon geritten bin, ne? Ey, wenn das Ding morgen in Flammen aufgeht und zu Staub zerfällt, dann würde ich sagen, ja, hat sich gelohnt, Also es gibt wohl kaum einen Fotografen, der so viele Betriebsstunden auf seinem, äh, auf seinen Kameras hat, wie wir als Streamer, wenn wir wirklich viele Stunden halt live sind und das über viele Jahre hinweg. 100 pro. Und die Kamera ist nicht gut, ne? Die können echt einiges ab. Also ich bin auch immer wieder begeistert, was die abkönnen. Ist krass. Also ist richtig krass. Sag ich auch, äh, jedes Mal. Ja. Und, äh, jetzt hab ich den Fahnen verloren. Jetzt hab ich den Fahnen verloren. Also ja, es gibt halt kaum noch, also ich ertappe mich halt oder ich hab mich dieses Jahr dabei ertappt, äh, dass es halt mittlerweile wirklich keine, keine Verhältnismöglichkeiten mehr dafür gibt. Und, äh, okay. Ich hab, also ich hab da wirklich kein Verhältnis mehr für, weil mir sind solche Ausgaben nicht egal, weil ich Geld scheißen kann, sondern weil mir das einfach super wichtig ist, das nach außen so zu transportieren. Und ich halt für mich selber, ich möchte halt selber diesen Standard haben und auch selber diesen Comfort. Also zum Beispiel, dass ich zweimal dasselbe Headset mit selben Mikrofonen hier habe, als auch da drüben. Oder dass du einfach nur einen Knopf drückst und du kannst halt loslegen. Die Scheiße ist einfach, auf Dauer wird das wirklich sehr teuer, weil, also deine Lösungen funktionieren ja auch alle, ne? Aber dreimal Epoch Cam anmachen und Clip-Mikrofonen den ganzen Kack so, da hab ich halt gar keinen Bock drauf. So, ich geh in die Küche, drück auf den Knopf und da ist alles an. Ne, ich drück zwei, zwei Knöpfe. Einmal Strom, damit der ganze Shit angeht, und dann mach ich einmal einen Rechner an und dann läuft alles. Und dann ist halt instant alles hier. So, die Kacke ist halt, dass du irgendwann, also ich weiß nicht, bei mir ist das so entstanden, diesen Anspruch zu haben, einfach der Beste zu sein. Und fuck my life, der Beste sein ist echt teuer. Der Beste sein ist echt teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hab, also ich hab, dieses Jahr hab ich für mich wirklich gesagt so, okay, Brudi, slow down, da kommt nicht mehr oben drüber viel. Und die zehnte Sony-Kamera macht's dann auch nicht krasser. Mhm. Ich kann ja alles sagen, ich hatte früher eine Zeit, eine sehr lange Zeit, in der ich einfach niemals in meinem Stream an irgendwelchen Overlays rumgebaut hätte oder hätte irgendwelche neuen Sachen mal eben reingebaut oder rumexperimentiert. Da hab ich viel Zeit außerhalb des Streams aufgewendet, um solche Sachen rumzuexperimentieren. Hier eine neue Cam, da was, bla 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 und so weiter. Weil ich wollte halt dann auch gewährleisten, dass wenn man mir zuschaut, dass keine Quality Time in Anführungszeichen verloren geht. Und dieses Rumbasteln, das will ja keiner sehen. Weißt du, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich gecheckt habe, so vor allem, nee, das Rumbasteln ist genau das, was ich bei anderen Leuten auch sehen möchte. Wenn ich sehe, die haben was Neues und fummeln damit rum, das ist, das ist zusammen, das rauskriegen, das ist total witzig. Also es besteht natürlich ein Unterschied zwischen, du tappst da rein, hast keine Ahnung von gar nichts und du musst dir alles irgendwie noch raussuchen und so und das finde ich auch nicht gut, aber so dieses, es ist halt ein Livestream, wir sind kein, wir sind kein, wir sind kein Fernsehsender, der Stichzeiten hat, um 16 Uhr geht das Programm los und dann ist um 16.15 Uhr die erste Werbung und um 16.45 Uhr sind wir fertig mit der Show und sagen, jo, schönen Tag noch. So, da muss das alles getimed sein, da will man nicht irgendwie zwischendurch sagen, so was, ja, zieh das Kabel von der Cam noch ein bisschen näher ran, so, ne, damit weil das ja auch, nee, das ist scheiße, aber in einem Livestream finde ich, das macht das auch so einen Reiz aus, dass man halt noch sieht, nee, das passiert von zu Hause aus, das ist nicht so professionalisiert, so, ne, also das ist so mein Ding dabei und das finde ich okay und ich finde das, das ist auch völlig okay im Stream was zu essen, so, das hätte ich früher niemals gemacht, also ganz früher, dann habe ich irgendwann gedacht, ach, fuck it und da habe ich auch eine Menge Kritik für gekriegt am Anfang so. Ja, ich auch, die habe ich alle rausgeschmissen, habe gesagt, halt die Schnauze, ich habe Hunger, du Arsch, du hast deine Pause, ich habe meine auch, sei froh, dass ich hier sitze und jetzt verpiss dich. Also, pff, das hat völliger Blödsinn, das Ding ist ja, das Ding ist ja, ich glaube, an manchen Stellen werden Streamer immer wie Maschinen gesehen, so, man darf bloß nicht pissen gehen, wie lange hat das bei dir gedauert, bis du gesagt hast, ich gehe jetzt einfach mal pissen, so, ich bin fünf Minuten nicht da? Das habe ich schon immer gemacht, aber ich habe mich früher immer unter Druck gesetzt, weil, wenn ich kurz eine Toilettenpause gemacht habe, sind mir immer 10, 20, 30 Prozent Zuschauer weggegangen und ein paar kamen dann halt in der nächsten halben Stunde wieder zurück. Also, hast du ja in deinem Kopf, der Chat hat dich ja dann dahin trainiert, also bei mir war das so, dass ich mir dachte so, hm, am besten machst du jetzt keine Toilettenpause, weil sonst hast du gleich wieder ein paar Leute weniger und dann muss ich ganz klar sagen, Streamer, die nicht so krass dann auf diese Zahlen geschaut haben zu dem Zeitpunkt, das mache ich heute auch nicht mehr, denen ging es dann halt auch schon mental in dem Bereich besser und man sollte sich da auch nicht einschränken, wenn du auf Toilette musst und dann gehst du auf Toilette so und wenn dann Leute weg sind, dann sind Leute halt weg, das ist okay. Es gibt, es gibt nur eine einzige Zahl, die von Relevanz ist. Eine einzige. Die auf dem Konto? Genau die. Alles andere spielt keine Geige. Ob du mit 10 Zuschauern 2000 Subs machst oder mit 3 Milliarden Zuschauern 2000 Subs machst, interessiert kein Pimmel. Und das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich hat das die, die ersten Jahre super mitgenommen und ich hab so, also wirklich, ich hab so hart gestruggelt mit so vielen Dingen und ich hab mir jetzt gesagt, nachdem ich umgezogen bin, weißt du was, mach einfach, worauf du Bock hast, guckst, wo die Reise hingeht, wenn dein Subcount einfach ins exorbitant niedrigste geht, ist das vielleicht so eine Alarmglocke, dass du gucken solltest, hey, das kommt vielleicht nicht so gut an, aber es gibt so viele Umstände, die die Zuschauerzahl so exorbitant verändern. EM, Corona, rausgehen, Ferien, irgendein anderer macht ein cooles Event, irgendwo ist ein 24 Stunden Rennen. Der ganze Shit, da hast du dich damals, also zumindest bei mir, ich hab mich da sowas von dermaßen im Kopf selber limitiert und begrenzt und immer so, nee, das geht nicht, das geht nicht, das kann ich nicht machen und das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Aber wenn ich heute zurückdenke, glaube ich, bin ich in der Peak-Streaming-Form, in der ich noch nie vorher gewesen bin, weil mir das alles so scheißegal, ich gucke auf meinen Subcount, wenn der passt, ist alles easy und dann mach ich das, was ich möchte. Und mittlerweile, und da bin ich auch sehr stolz auf und ich freue mich auch immer, das auszusprechen, ich bin einer der größten deutschen Sim-Racing-Streamer geworden, genau mit dieser Einstellung. Und das ist halt einfach ein geiles Gefühl, da einfach gar keinen Fick drauf zu geben. Also, dass man auch Zuschauern nicht immer alles recht machen kann. Man ist halt einfach, wie man ist und wenn einer ein Pisser zu dir ist, bist du halt auch einfach ein Pisser zu dem. Und wenn einer super nett zu dir ist, dann bist du halt auch super nett zu dem. Du erntest, was du siehst. so. Ja. That's right. Ja. Wenn du nicht toxisch bist, was dann? Wenn du nicht toxisch bist, sondern deine Community liebst und dir das auch so vorliebt, dann liebt die dich halt auch einfach zurück, ohne dass du alle fünf Minuten sagen musst, dass Twitch Prime fucking kostenlos ist. Twitch Prime hat keine weiteren Kosten. Twitch Prime ist mehrkostenfrei, by the way. Korrekt. Ja, da sprechen wir dieselbe Sprache. Aha. Ja, Twitch ist mehrkostenfrei. Klingt aber nicht so gut. Doch, wenn du das so zwei, dreimal sagst, klingt das ein Kekroder wie Butter. Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Stimmt schon, stimmt schon. Aber erzähl du, was du sagen wolltest. Entschuldigung. Nee, ich wollte irgendwas einwerfen, aber das passt jetzt gerade nicht. Ich hatte vorhin noch was anderes. Ich hatte vorhin noch irgendwas vollkommen anderes auf der Nase. Nee, aber so dieses, so dieses, dass man, also ich habe auch früher, glaube ich, gar nicht so ultra lange Streams gemacht. Also, also, so zu meiner Hitbox-Zeit dann irgendwann schon, das wurde immer ein bisschen länger und immer ein bisschen mehr und dann auch mal solche 12 Stunden, 24 Stunden Dinger oder so, aber so, und das mit permanent auf Zahlen gucken ist halt auch scheiße. Das ist ganz klar, wenn du mal genommen, du fängst morgens an, an einem Wochenende so und du fängst um 8 Uhr an, dann ist noch keiner da und dann baut sich das so ein, zwei Stunden auf, manchmal so drei Stunden so und dann hast du so den Peak so in der Vormittagszeit und natürlich gehen dann über den Nachmittag gehen dann natürlich Leute weg, weil sie im Wochenende nachgehen, ja, die haben nicht permanent die Lust und Zeit bei dir halt irgendwie abzuhängen. So und das muss einem auch ganz klar bewusst sein, dass man ist kein Monte, man kann nicht irgendwie, ich meine, du kannst jederzeit online gehen und ich kann auch jederzeit online gehen, aber ich weiß, dass bei mir, und das haben wir die letzten Jahre ja rausbekommen, halt dann auch eher mal so Menschen zuschauen, die vielleicht in so einer typischen Familiensituation sind und wo man dann tagsüber oder nachmittags oder so Zeit hat, beim Arbeiten zuzugucken, aber halt eben am Abend halt eher nicht so, weil das ist dann vielleicht mehr Family Time oder man muss dann frühmorgens wieder aufstehen, zur Arbeit gehen, so das ist so, glaube ich, so meine Main-Zuschauergruppe, so im Großen, es gibt natürlich Ausreißer in alle Richtungen und das bedeutet aber auch, es macht für mich, wenn ich Bock drauf habe, nachts um 2 Uhr zu streamen, macht es natürlich aus Spaß-Sicht Sinn, aber aus, wenn man jetzt nur auf so Zahlen schielen würde und dann würde es keinen Sinn machen, weil da würden mir natürlich kaum Leute zugucken, ganz klar, aber das spielt ja auch keine Rolle, nur ich habe auch keinen Bock, nachts dann halt live zu sein, weißt du, ich habe das gerade, wir haben die letzten Tage, die letzten Streams, die letzten Hardcasts auch erst darüber gesprochen, es macht für mich mehr Sinn auch aus, ich nenne es jetzt mal aus Wohlfühlsicht, gesundheitliche Sicht ist nämlich falsch ausgedrückt, aber so aus Wohlfühlsicht macht es für mich halt einfach mehr Sinn, tagsüber zu streamen, nicht weil ich nur auf blöde Zahlen gucke, ja die Zahlen funktionieren da für mich auch besser, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich gleich weiß und ich habe gleich noch einen Termin, aber wenn ich gleich weiß, okay das war es jetzt für heute, dann habe ich noch ein paar Stunden für mich, kann auch ein bisschen Krimskrams machen und morgen früh geht es dann halt wieder los, super. Ja, ich fühle das auch sehr, also ich habe mir auch ja die, ich sage mal so, ich habe mir auch die Freiheit genommen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen, so ich spiele Tischtennis, gehe laufen, mache jetzt in meiner Freizeit, also schon noch Dinge und bastle auch wie ein Wilder und organisiere mal ein paar Sachen, aber das ist halt immer so beiläufig, nicht mehr so hardcore wie früher, weil wenn hier aus ist, gehe ich aus dem Büro und dann geht das los. Ja, klar. Aber wo du vorhin sagtest, du willst dann nur ein oder zwei Knöpfe anmachen und danach dann, also ansonsten muss alles automatisch laufen. Das finde ich cool und wenn das, also ich möchte meine Sachen natürlich auch so weit automatisieren, dass das so funktioniert und das tut es ja auch mehr oder weniger, Ausnahme mit der Küche, mit verschiedenen Camps und so, aber dass man so ein typisches Szenario hat, wie man das bei einer typischen Live-Produktion hat, wo vor der Produktion erst noch Soundcheck hier und gucken und Akkustand und bla und dies und jenes und welches und so, da hätte ich keinen Bock drauf. Also das wäre dann auch für mich so ein Ding, wo ich mir denke, so Digga, das artet hier völlig in Arbeit aus und das ist dann weg von dem, es macht Spaß und ich bin auch nicht mehr gut im Multitasking. Wenn ich einen scheiß Tag habe und mich viele Sachen gleichzeitig überfordern, dann merkst du das sofort, dann bin ich auch total zerstreut. Ja. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Keinen Nerv. Brauche ich nicht. Das fühle ich ja. Ich auch nicht mehr. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die letzten paar Jahre meinen Kopf gegrillt. Also durch halt nonstop Gib ihm und das muss noch rein und das muss noch, das muss auch noch erledigt werden. Weißt du, ich habe einfach gelernt, mein Buch aufzuschlagen, da reinzuschreiben und zu sagen, morgen früh ist ein neuer Tag. Das hat doch bis morgen früh Zeit. Das hat auch bis morgen früh Zeit. Und das kriegt sowieso kein Mensch aus dem Chatman. Das fühle ich. Also wirklich, wenn ich jetzt hier abends rausgehe, ich arbeite nicht mehr, wenn ich abends den Studios mache. Sondern das ist meine Zeit, wo ich sage, entweder lege ich mich auf die Couch oder ich lege mich ins Bett oder ich nehme das Buch mit und schreibe mir das auf, weil ich habe mir jetzt halt wirklich so überlegt und das klingt immer so ein bisschen theatralisch oder so ein bisschen komischer, aber ich habe halt irgendwann gesagt für mich, ich will halt auch mal ein Leben leben und nicht nur Stream leben. Und Alter, das hat mich so hart getroffen, als ich das realisiert habe. Als ich dieses Jahr, wie gesagt, hierher gezogen bin und aus Berlin raus bin, aus diesen Alltags Alltagsleben und ich halt abends mal einfach nur auf dem Balkon gesessen habe, nachts um zwei und die Grillen haben gezirbt und ich habe gewabt und nichts war da, habe ich mir gedacht, wow, außerhalb meines Streamerlebens ist es ja eigentlich auch gar nicht so uncool. Wow, wann hast du das letzte Mal Grillenzirpen gehört? Und das Ding ist halt, das trifft dich so hart, also das trifft dich so hart, dass du irgendwann denkst, Maga, waren jetzt wirklich geile acht Jahre und hast wirklich alles gegeben, aber vielleicht solltest du mal ein bisschen gucken, dass du auch nochmal glücklich wirst und beides miteinander verbindest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Alex, ich habe dieses Jahr noch nicht eine so gute Entscheidung getroffen wie das, weil es geht gerade alles sowas von der, wo hast du einen steil bergauf, das ist einfach so schön, das ist geil, weil du einfach super, also viel entspannter bist und also wirklich viel entspannter bist, mit Sachen cooler umgehst, viel mehr frische Energie hast so, kannst für deine Freunde da sein, hast mehr Zeit mit denen zu brainstormen, da fallen dir wieder neue Dinge ein oder weißt ja geil, was du machst. Feste Entscheidung, großartig. Aber trotzdem, wenn Hardware callt, muss man auch noch Hardware bauen abends. Ja, natürlich, klar, das eine hat ja nur indirekt was mit dem anderen zu tun, Kappa. Na klar. Na klar. Ich lag zwei Tage jetzt flach nach der zweiten Impfe und dann bist du ja mehr oder weniger raus aus dem Streaming-Ding, da guckst du vielleicht mal bei dem einen oder anderen kurz rein oder so, aber du kannst nicht selber was machen. Es tut dir wirklich gut und das weißt du auch genau, so gut wie ich, es tut dir einfach wirklich gut, wenn man zwischendurch mal raus ist. Ob das ein paar Stunden sind oder ob das mal ein Tag ist oder zwei, es tut einem wirklich gut. Es ist halt so. Du kannst jahrelang auch Vollgas geben, keine Frage, aber du weißt dann diese kleinen Pausen, in denen du nicht Teil der ganzen Sache bist, wirklich zu schätzen. Das ist schon gut. Aber diese Work-Life-Balance-Scheiße, die muss man auch irgendwie erst erleben. Und es macht auch absolut Sinn, dass man mit Sachen erstmal auch ein bisschen auf die Klappe fällt und dann versteht, was der Wert ist einer Sache, die dir vorher tausend Leute gesagt haben und dann gesagt hast, das brauche ich nicht. Ich mache einfach weiter. Ich fahre tausend Kilometer am Stück irgendwo hin, das ist mir scheißegal. Ich halte nicht an. Ja gut, das mache ich heute auch noch. Wenn du da Spaß dran hast, ist das okay, aber ich sage mal so, wenn ich tausend Kilometer am Stück irgendwo hinfahren würde, dann hole ich den Feuerwehrschlauch raus. Ich fahre halt andauernd so. Das merkt man halt. Aber Jim, weißt du, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich werde, ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege, aber ich möchte das gerne mit dir teilen. Aber ich werde dieses Jahr im September, wenn ich am 11.9. das letzte 24-Stunden-Rennen für mich jetzt, was erstmal geplant ist, fertig habe, dann werde ich in den Urlaub fahren für eine Woche. Okay. Ohne alles. Das wird dir wahrscheinlich sehr gut tun. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert, Alter. Ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Und ich sehe mich nach dem ersten Tag schon morgens aufstehen beim Zähneputzen. Fuck my life. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Oh oh. Und ich muss mich, glaube ich, zwingen, aber ich darf nichts mitnehmen. Also ich werde auch keinen IRL-Rucksack mitnehmen oder so. Es kommt auf allem, was du für den Urlaub halt machen willst. Wenn du wirklich mal einmal komplett abschalten möchtest, dann nimmst du gar nichts mit. Ich habe das jetzt bei einer anderen Person, die streamt, gesehen oder gelesen auf Twitter. Ja, ich fahre mal da und dahin in den Urlaub und ich habe Discord erstmal vom Handy gelöscht. Da dachte ich so, okay, ich bin, also, ob ich jetzt Discord auf meinem Handy habe oder nicht, juckt mich nicht so. Und dann ein Satz später, aber wir werden einige IRL-Streams machen in meinem Urlaub. Und da dachte ich so, äh, was? Wie? Weißt du, auf der einen Seite löscht du halt eine App, damit du nicht in Kontakt bist, aber auf der anderen Seite machst du halt ein paar IRL-Streams. Muss man selber entscheiden, ne? Klar, aber dann ist es halt kein Urlaub-Urlaub, sondern halt einfach nur, ja, ich bin jetzt woanders und wir sind nochmal woanders. Ich nehme euch mit, so, ne? Ey, das habe ich früher, also, das habe ich, mich fragen ja sehr viele Menschen, warum ich nicht mehr so fotografiere, ne? Aber das habe ich, ich habe das wirklich, also, spezialisiert, jahrelang, non-stop, Sachen zu machen fürs Internet und nicht für mich. Also, ich habe mit Fotografieren angefangen, um mein Instagram zu pushen, um täglich Storys zu machen und Bilder zu posten und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, also, also dieses Jahr auch, habe ich mich dabei ertappt, wo ich gesagt habe, bist du eigentlich komplett gegen den Baum gelaufen? Du holst dir eine Kamera, um dein Hobby zu, äh, um, um den Hobby dir anzueignen, wo du Spaß dran hast und ziehst die Scheiße noch wieder in deine Arbeit mit rein. Und dann habe ich das komplett gequittet. Jetzt mache ich das nur noch für mich. Mhm. Ja. Super weird, ey. Super weird, so. Dieses Jahr, dieses Jahr hat, äh, der Blitz beim Scheißen aber schon dreimal reingehagelt, Junge. Also, die Eier sind schon richtig röstig durch, du. Gibt's noch irgendwelche anderen Spiele, auf die du dich dieses Jahr freust? Ich durchbreche jetzt einfach mal so diese Work-Life-Barons-Ballets-Talk-Geschichte. Äh, du, ganz ehrlich, äh, Channel Beleid habe ich gesehen, äh, ist jetzt raus. Da würde ich, glaube ich, mal reindiven wollen. Da habe ich, äh, Lust drauf. Und, äh, ansonsten bin ich mir echt gar nicht so sicher. Ich wüsste gerade auch ad hoc aus dem Stehreif nicht, was noch rauskommt. Ich hab, äh, ich gucke ab und zu auch im Stream diese, diese Trailer-Videos von, von Spielen, die dieses Jahr noch angekündigt sind und noch rauskommen sollen. Ob das, ich meine, so ein Battlefield und ein Call of Duty müssen wir nicht drüber reden, so, ne? Okay, Battlefield, ja, auf jeden Fall. Ja, das, das, das Battlefield, ja, gut, aber EA oder DICE viel mehr, die finden noch eine Möglichkeit, wie sie es noch so richtig schön versalzen, so, dass die Hardcore-Veteranen wieder so richtig im großen Strahl kotzen werden. Also, ich warte noch auf sowas, ne? Aber, ähm, ja, es gab noch so ein paar andere Titel, aber die habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm und das ist kein gutes Zeichen. Also, normalerweise muss das sofort Klick machen und ich muss sofort so, ja, Bock drauf. Also, so richtig viel kommt für mich dieses Jahr nicht mehr. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so wirklich nach auch immer noch so langer Zeit romantisiert mit Simracing. Ich fühle mich da so... Das ist ja so eine never-ending Story. Das, das ist ja so, wie wenn, wenn, wenn Leute sagen, so, ja, was ist denn bei Counter-Strike so, so, warum die Leute das immer noch so spielen, so, das sind so eigentlich immer das Gleiche, immer dieselben Maps, immer irgendwelche Gegner, ba, 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 so, ne? Aber beim, beim Autorennen ist es doch genau das Gleiche. Du willst, du willst halt besser sein als die anderen, du willst schneller sein, du willst deine eigenen Zeiten schlagen, whatever, so, ne? Ja, ich fühle das total so. Ich bin so, ich bin da sehr drinnen hängen geblieben, auch so diese Autothematik und, äh, ja, so generell auch IRL, äh, Race-Thematik, so, ich bin da echt hängen geblieben, so, ich würde, nächstes Jahr würde ich auch selber gern so ein Auto mal fahren. Ach ja, doch, also, alles klar. Ja, ich hab jetzt, also das Ding ist für mich, ich hab überlegt so, warum machst du eigentlich so viel Sport? Da hab ich mir gedacht, naja, gut, eine Frau hast du nicht, also, machst du das ja für dich? Und dann hab ich mir überlegt, was wäre denn eine sinnvolle, was wäre denn eine sinnvolle Sache, was du damit dann irgendwann anfangen kannst? Und ich hab halt für mich gemerkt, okay, Simracing ist einfacher, weil Beine halten durch, Hände haben mir auch mehr Ausdauer, Brust ist okay. Dann hab ich mir halt einfach mal gesagt, ach, scheiße, weißt du, wenn du jetzt eh schon so durchknallst, dann kannst du ja nächstes Jahr mal dich in so eine Karre setzen und auch mal selber fahren. Cool. Einfach so als Ziel, so, dass man sich ein Ziel steckt und sagt, alles klar, fuck it, let's go. Und nein, nicht über die Nordschleife. Falls jetzt wieder gleich irgendeiner mit der Nordschleife kommt. Warum denn nicht über die Nordschleife? Weil ich nach Zandvoort fahre und in Zandvoort fahre, finde ich viel geiler. Ich möchte ja selber fahren irgendwie. Ja, ist klar. Ich kenn die Strecken mehr so nur vom Namen her. Ja. Das läuft dann schon so, dass du selber fahren kannst dann, ja? Ich muss mal gucken, wie. Ob ich mit meinem Privatfahrzeug fahre oder ob ich irgendwie eine Möglichkeit bekomme, das in irgendeiner Form zu regeln oder so. Und wenn's da ja, weiß ich nicht, mal gucken. Also ich möchte gerne, wenn Corona weg ist, da so richtig ein bisschen noch reindiben in die ganze Geschichte. Ah, da sagst du wieder das böse C-Wort. Naja, also was heißt das böse C-Wort? Wir sind halt einfach mal ganz kurz ein bisschen realistisch und reden uns Dinge nicht schön. Es gibt genau, Entschuldigung, falls das, nee, nicht Entschuldigung. Es gibt genug Wichser, die gerade in den Urlaub fliegen und sich auf Malle schön dann runterkurbeln oder in Griechenland. Ach, guess what? Wir werden sowieso alle wieder in den Arsch gefickt Ende des Jahres. Egal, ob wir geimpft sind oder nicht. Und dann ist es halt einfach so, müssen wir halt mit umgehen und fertig ist der Salat. Wenn das vorbei ist, dann geht's weiter. Ich bin heute sehr vulgär. Es tut mir leid, Chad, aber ich glaub das nicht daran, dass ich vielleicht ein bisschen wenig schlafen hab. Bezeihung. Ja, das hat mich vor ein paar Tagen auch einmal komplett rausgerissen irgendwie, ich weiß auch nicht. Eine Nacht konnte ich überhaupt gar nicht pennen. Das war egal. Ich denke, das mit Corona wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Und genau wie du schon gesagt hast, ne, also, ja, die Zahlen gehen hoch. Ach, lass erst mal in den Urlaub fliegen. Ach, lass die Sachen alle aufmachen und die Leute müssen alle in die Schule gehen. Okay. Auch wenn's natürlich ein bisschen vielschichtiger ist, aber schwierig. Sehr, sehr, sehr beschissene Situation. Soll ich dir mal einen kleinen Witz erzählen? Ja, bitte. Also, auch, okay. Weil wir ja von wenig schlafen geredet haben, ja. Also, ähm, mir ist letztens aufgefallen, äh, dass ich noch Winterreifen drauf hab. Mhm. Dann hab ich überlegt, wo meine Reifen sind. Meine Sommerreifen. In Berlin? Ja. Dann musste ich also, äh, so, naja, ein, zwei Kilometer Auto fahren, um meine Reifen zu holen. Mhm. Bagger, danach war ich auch kaputt. Nach der Tour war ich auch kaputt. Ja. Daher kommt auch das Mühe. Ich glaub, deswegen bin ich diese Woche auch echt so ein bisschen, so ein bisschen erschöpft. Okay. Bagger, wenn du vor deinem Auto stehst, Alter, und ich weiß, wo deine Perfekten sind, wo die Reifen sind, Junge. Und du dann so, nein, die sind in der Wehrstadt in Berlin, so ne Scheiße. Oh, Mann. Hast du sie denn wenigstens in Berlin direkt draufziehen lassen? Bagger, da erzähl ich dir noch einen Witz. Verfickter Stau. Ich bin 15 Minuten zu spät gekommen zu der Garage, in der das war. Entschuldigen Sie, Herr Dissinken, unser Zeitplan ist ganz durchgewürfelt. Wir können das leider nicht machen. Wir könnten das irgendwo einschieben, dann ist ja um 19 Uhr fertig. Ich so, nee, ich muss doch ganz weit zurückfahren. Ja, schade. Dann habe ich mir die Reifen wieder in mein Auto gelegt, also meine Sommerreifen, und dann habe ich das einen Tag später hier in der Nähe machen lassen. Und bin dann die ganze Tour nochmal zurückgefahren. Schön. Weil ich 10 Minuten zu spät war und der Herr das leider nicht arrangieren konnte, Reifen zu wechseln. Das Witzige, also wirklich, der Witz an der ganzen Sache war, ich habe so ein anderthalb Stunden Fenster gebucht, quasi, wo die das machen. Ich war in der nächsten Werkstatt, da hat das 15 Minuten gedauert und die neuen Reifen waren drauf. Frisch geputzt, alles geleckt, pico bello. Und dann denke ich mir so, weil ich 10 Minuten zu spät war, war ich im Stau stand, dann kannst du meine Reifen nicht mehr wechseln. Guess what, Mama? Tschüss. Ich fahre jetzt nach Hause. War nicht so ein guter Tag. Man kennt es, ja. Man kennt es. War nicht so ein guter Tag. Ja. Bei mir war es nicht die Impfung. Weißt du, die erste Impfe hat bei mir gar nichts gemacht. Und die zweite Impfe hat mich nach dem ersten Tag, in dem ich auch nichts gespürt habe, hat es mich einmal komplett weggefegt. Dann habe ich zwei Tage komplett in der Ecke gelegen. Das habe ich zwar schon so erwartet, aber war dann doch doof. Ja, ja. Ich bin gespannt auf die zweite. Ich bin sehr gespannt. Das ist wieder kurz vor einem Rennen. Scheiße. Und bei mir ist so, bei mir gibt es kein, bei mir gibt es kein Ausreden. Und wenn ich mit tränenden Augen, mit 50 Fieber da im Sitz sitze, so, ich fahre. Alex? Ja? Es war so schön heute. Ehrlich. Ich glaube, wir haben so ein super gesundes Verhältnis mittlerweile gefunden, auch einfach mal uns gehen zu lassen und ein bisschen abzuschweifen und einfach alte Männer zu sein. Und bei einer Brause oder einem lecker Gerold Steiner, Gerold Steiner, ihr könnt das übrigens immer noch sponsern, by the way. Wir würden uns sehr freuen über eine Kooperation. Prost an der Stelle. Auch Medium, ganz klar. Heute gebe ich dir das Schlusswort. Ich werde das super kurz machen. Wirklich, es war sehr schön, Alex, heute. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön, dass du mal wieder dir die Zeit nehmen konntest, das zu verschieben um einen Tag. Küsschen geht raus. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit welchem Thema? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir auch im Vorfeld, auch dieses Mal wieder im Vorfeld, keine Gedanken gemacht, was wir als nächstes Thema machen. Wir haben ja schon so einige Sachen abgegriffen. Und es soll ja auch nicht so ein Standard, wir zeigen euch, wie Streaming geht mit unseren Erfahrungen, weil wir ja so ganz viel schlauer sind. Und das ist ja doof. Das haben wir ja noch nie gemacht. So die Richtung. Du hast schon wieder einen Geistesblitz. Lass es bitte nicht Kabel sein. Kabel war doch gut. Ja, Kabel war gut, ich weiß. Kabel war doch mega. Was hast du denn? Nee, das passt nicht dazu. Das ist doof. Nee, passt wirklich nicht. War eine doofe Idee. Keine Ahnung. Was machen wir denn? Netzwerken. Ein bisschen über Netzwerken quatschen. Da kann man so schön viele Sachen erzählen. Ja, also, ja, kann man machen. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir da alles schon so tolle Sachen erlebt haben. Es ist wieder, aber das wäre dann wieder kein Hardware-Thema, ne? Ich sag's nur gleich. Netzwerken? Netzwerken. Achso, meintest du jetzt Netzwerk? Ja. Nee, das hab ich nicht gemeint. Ach, du meintest Netzwerken mit anderen Leuten was zusammen machen? Weil vom Netzwerk hab ich nicht so Ahnung. Ich baue mein Netzwerk sehr simpel auf. Ich hab einen Switch und dann kaufe ich mir einen größeren Switch, wenn der nicht mehr passt und den schließe ich an meinen Router an. Ja, also, ich glaube, über Netzwerken, äh, ja, also, wir können ja nächste Woche Anekdoten machen. So, ja, das würde gehen. Also, ich meine, unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ist ja auch eigentlich ganz cool. Ja, die haben wir doch schon mal erzählt hier im Stream. Ja, das stimmt schon. Dann reden wir nächste Woche über Socials. Über Socials? Ja, über alles, was wir mit Netzwerken können und Menschen und anderen. Ja, aber das ist keine Hardware so. Das Ding heißt Hardcast, Alex. Und ich glaube, wir fühlen uns beide auch immer am wohlsten und haben am meisten Glitzer in den Augen, wenn wir über Hardware sprechen. Das stimmt. Also, ich werde nächste Woche bestimmt wieder noch ein bisschen über den Kollegen da hinten erzählen, weil der ist halt noch nicht fertig. Ja, ja, ja. Aber ich sag's dir, wie es ist, wenn der läuft, dann läuft der halt auch, weißt du? Also, da muss ich nicht, das ist halt, das ist ein Stream-PC. Da ist ein kleiner, da ist eine CPU drin, die ist stark und wenn der jetzt gescheit gekühlt wird, na, dann läuft die Kiste. Ja, ich hätte jetzt vielleicht mal sowas wie die unsinnigsten Ausgaben-Episode gemacht oder so. Haben wir das nicht heute schon gehabt? Eine 4000 Euro Facecam? Okay, ich verstehe. Alles klar, du hast noch mehr gute Ausgaben gemacht. Ja, lass uns über ein paar Ausgaben reden. Da bin ich dabei. Da bin ich sowas von dabei. Also, wir müssen es ja nicht unsinnige Ausgaben nennen, okay? Wenn das das Einzige wäre, Alter. Nee, ist es nicht. Aber nee, also, keine Ahnung. Chat, habt ihr Vorschläge? Habt ihr Vorschläge, was ihr thematisch gerne mal haben wollen würdet? In meinem Chat stehen so Sachen, über die wir schon so oft geredet haben. Also, Outdoor-Streaming, Anfangssetups, solche Sachen, was wir alles geschrottet haben. Wir haben schon mal über die Fails gesprochen, mehr oder weniger, ne? Es wird echt schwer mittlerweile, ne? Da nochmal so ein bisschen. Also, ich meine, wir kriegen das schon voll so, aber das ist echt krass. Ich meine, wir reden ja über das Hauptthema sowieso nur eine halbe Stunde. Hey, komm, Alex, come on. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Come on. Ich wollte gerade sagen, also, mittlerweile lassen wir uns halt auch so ein bisschen gehen. Ja, das finde ich aber auch richtig und wichtig. Vielleicht einfach mal so, keine Ahnung, Mac Linux Windows Ding? Aber das hatten wir ja auch schon ein bisschen. Wir hatten das schon angesprochen, weil das Mac Linux Windows Ding ist halt auch sehr begrenzt, weil keiner von uns da, also außer ein paar Rumexperimenten, wirklich lange damit, wenn man was gemacht hat, im Sinne von Streaming. Eine richtige Flex-Sendung, ja, ja. Ja. Und dann habe ich tausend Euro in die Hand genommen und zack, dann war das fertig. Und später habe ich mir gedacht, scheiße, das machst du nochmal. Ey, mir fällt gerade gar echt nichts ein, also. Vielleicht machen wir nächste Woche, okay, Alex, was hältst du denn davon, wir machen nächste Woche einfach mal Wundertüten-Episode? Wir machen nächste Woche einfach Wundertüten-Episode. Wir treffen uns am Mittwoch, setzen uns hin, sagen uns gegenseitig, wie hübsch wir sind und dann reden wir einfach mal zwei Stunden los und gucken, wo die Reise hingeht. Ja, also so wie sonst auch immer. Ach, come on! Come on! Ja, das machen wir, das machen wir nächste Woche. So, Chat, war das schon deine Verabschiedung? Also, ich habe mich verabschiedet, ja. Okay, Chat, ihr habt es gehört. Nächste Woche gibt es die große Dizzington und der Herr Gimpanse, der übrigens immer noch einen Fehler drin hat, natürlich mein Chat drauf aufmerksam gemacht. Mein Overlay, was ich hier drin habe, das habe ich ehrlich gesagt sogar vergessen. Ich habe nicht dran gedacht. Das Overlay, was ich hier so drin habe, das habe ich ja von dem Herrn hier bekommen, ne? Ja. Aber aus welchem Grund auch immer, habe ich irgendwie nur die Previews davon nutze ich. Keine Ahnung, also sprich, die sind nicht so hochauflösend wie bei dir. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich das ja immer nur in dieser Preview auch gesehen habe. Ich mache das mal auf Fullscreen und ich denke so, was ist da denn schief gelaufen? Da muss ich nochmal reingucken in den Vorlagen, in den hier von der ganzen Kiste, ne? Die Schrift ist nicht so ganz scharf. Ja, das muss ich noch korrigieren. Das ist mir komplett durchgegangen. Das ist mir wirklich komplett durchgegangen. So, nächste Woche haben wir ein relativ offenes Thema. Das heißt, die Wundertüten-Episode oder das klingt ein bisschen falsch, ne? 420. Das müssen wir bei der 420. Folge nochmal machen. Geil, wenn wir 420 Folgen machen! Ja, okay, dann machen wir halt, machen wir Staffeln so. Es ist schon cool, wenn man... Doch, ja. Dass man mal so sagt, wir sind mal im Monat nicht da, damit jeder mal so wieder sich finden kann und sammeln kann. Ja, würde ich sagen, echt. Ja, würde ich sagen. Und die 4. Staffel, die 20. Folge. Wir sind ja mittlerweile bei Folge... Wie viel? 18? 13. 13? Ja, 20 Episoden pro Staffel und dann... Ole, ole. Und dann erstmal Sommer-Winter-Karnevalspause. Ne. Das ist keine... Das wird einfach nur Leck-mich-am-Arsch-Pause. Dann fertig. Ne. Die große Selbstfindungs-Tour. Nennen wir es einfach so. Genau, dann sprechen wir uns vorher noch ab über Social Media. Dass wir beide so posten, so, ja, ey, Leute, das war schon eine coole Zeit, ne? War echt witzig und wir haben auch beide wirklich vor, das noch weiterzumachen, aber wir wissen noch nicht, wann es soweit ist. Ja, wir sind nächste Woche wieder da für euch. Zwei Tage später, ja, nächste Folge dann nächste Woche, ne? Ja. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja, das war wieder eine lustre Folge Hardcast. Ich meine das auch mit dem größtmöglichen Respekt, weil es klingt immer sehr ironisch, wenn ich sowas sage, aber das meine ich gar nicht ironisch. Bei uns geht es nächste Woche Mittwoch wieder weiter. Gesetz den Fall, keiner von uns beiden möchte das verschieben bei mir. Ich habe extra nachgeschaut, steht nichts an nächste Woche. Deshalb, ja, wenn es so ist, ist es halt so. Wir haben hier keinen festes Programmpunkt, wo uns so ein Sendemensch auf die Füße tritt und sagt so, Ihr habt aber nur den Mittwoch. Das haben wir nicht. Das ist auch sehr gut soweit. Ich freue mich drauf. Wir reden nächste Woche über random Dinge. Ich lasse mich voll treiben, ne? Ich gehe da voll rein. Ich werde nächste Woche sagen so, du glaubst es nicht, mein kleines Monster ist voll das Biest geworden. Ist super gekühlt jetzt. Ich hatte ja so Unrecht. Ich musste einfach nur und dann und jetzt läuft voll gut. Ich musste einfach im BIOS mal die Gehäuse-Lüfter auf 100% stellen und nicht zählen. Chat hat es die ganze Zeit gesagt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich schmeiße das jetzt mal so in die Runde. Monitore wäre auch mal so ein Thema, was wir mal in Angriff nehmen können. Da stirbst du. Ich weiß, du kennst dich nicht. Nein, ich kenne mich da nicht gut aus. Aber wenn wir bei nur Monitore sprechen, das machen wir nächste Woche, dann wirst du sowas von abkotzen. Ein Monitor darf nicht zu groß sein für Shooter beispielsweise, wenn du jetzt andere Sachen spielst, Racing und so weiter, bla bla bla. Ja, egal, aber ein Monitor zum Spielen darf nicht zu groß sein, wenn du halt Shooter spielst und du musst möglichst viele Frames haben. Also lieber 240 Hertz und mehr. Reden wir nächstes Mal drüber. Aha, okay, ja gut, ja, 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 ja. Meine Damen und Herren, das war die aktuelle Folge Hardcast. Hardcast, solltet ihr das auf irgendeinem anderen Portal oder Format gesehen haben sollten als unsere Offizie... Mein Gott, wird das überhaupt alles hochgeladen? Selbst bei Spotify und sowas sind wir jetzt mittlerweile, ne? Ja, wir sind voll grüßt. Dank dieser sehr hilfsbreiten Position, die Person, die das überall jetzt hochgeladen hat. Meine Fresse. Ihr könnt das Ding hier auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, hören. Und wisst ihr, was noch viel geiler ist? Wir wissen nicht mal, wie viele Leute das hören. Das heißt, wir können wahrscheinlich auf Spotify der wahrscheinlich wirklich populärste Podcast sein. Scheiße. Ich muss kurz gucken, ob ich uns finde. Hast du das schon mal getan? Bisher noch nicht. Ich hab das nämlich auch noch nicht irgendwie großartig... Wir sind bei fucking Spotify drinne. Ja, klar. Scheiß die fucking Tür zu. Ist geil, ne? Das ist eine schöne Spiegelung. Halt deine Schnauze. Ey, wir sind bei... Kannst du dir das bitte ausdenken? Ist geil, ja. I like it. Ey, Refunex, ich küsse deine Augen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, gebe ich dir einfach zehn Eis aus, okay? Danke, du bist echt ein Engel manchmal. Aber du musst sie am Stück essen. Naja, vielleicht nicht. Jetzt würden wir uns ja nicht übertreiben. Der Junge soll ja auch keinen Magen-Darm kriegen. Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss. Danke für alles. Und äh, angenehme Woche. Schausen und Endszene. Ich hab nicht mal eine Endszene. Ich mach einfach aus. Was? Du hast mir doch die Hardcast bis zum nächsten Mal Szene geschickt. Ja, hab ich nicht eingefügt. Wow. Nee, hab ich wirklich nicht eingefügt. Super. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020